Hallöchen Leute und willkommen zum großen Finale von Ace Attorney Dual Destinies. Beim letzten Mal haben wir die letzte Verhandlung angefangen und wir waren gut dabei, eigentlich Blackwell und Athena beide gleichzeitig unschuldig zu sprechen. Und dann kam ein Einspruch von Apollo. Und das wird jetzt Wildchat. Let's fucking go. Was will der Junge? Was sind die offenen Geheimnisse? Können wir noch mehr aus dem Fall herausholen? Beginnen wir das Finale. 20. Dezember. Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 4. Justice. Was hat das zu bedeuten? Ganz einfach. Die Angeklagte, Frau Athena Sykes, ist eventuell nicht unschuldig. Wovon redest du da? Wir haben den Fall von damals noch aufgeklärt. Ich rede nicht von damals. Mir geht es um den aktuellen Fall. Es ist immer noch nicht klar, wer Terran ermordet hat. Aber, Apollo, denkst du wirklich? Frau Sykes, hören Sie sich bitte an, was ich zu sagen habe. Was um alles in der Welt hat Apollo vor? Euer Ehren, ich bitte Sie um ein wenig Ihrer Zeit. Aber wir verhandeln jedoch den Fall, der sich vor sieben Jahren ereignet hat. Frau Blackwell, ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Sie haben jemanden verloren, der Ihnen nahe stand. Und das habe ich auch. Sie interessieren sich doch sicher auch für die Wahrheit, oder? Apollo. Natürlich. Ich bin ein großer Fan von der Wahrheit. Dann lass mal sehen, wie du die Prinzessin überführst. Richter, ich gebe meine Erlaubnis. Fahren Sie mit der Verhandlung fort. Nun, dann ist Ihnen das Rechtsstaatserwalt Edgeworth. Hm. Die Anklage hat keine Einwände. Hören wir uns Herrn Justice Aussage an. Ich lasse sofort den Untersuchungsbericht der Polizei bringen. Nicht du auch noch, Edgeworth? Hoffentlich hast du einen Ass im Ärmel. Nun denn. Ihr Eröffnungsplädoyer bitte, Staatsanwalt Edgeworth. Wie Sie wünschen, verschaffen wir uns einen Überblick über den Mord an Herrn Taron. Dem vorhergehenden Prozess klar wurde, ist Solomon Starbuck nicht der Mörder. Identität des Täters ist weiterhin unbekannt. An jenem Tag wartete er oder sie in Aufenthaltsbereich 1 auf die beiden Astronauten. Als die Männer aus dem Weltraummuseum flohen, griff die Person Herrn Taron mit einem ähnlichen Messer an wie vor sieben Jahren. Im Anschluss entkam der Mörder in das Weltraummuseum. Nachdem Direktor Yuri Kosmos die beiden Startrampen vertauscht hatte, verließ der Täter das Weltraummuseum und entkam durch Aufenthaltsbereich 2. In dieser Verhandlung müssen wir nun also herausfinden, wer Herrn Taron wirklich umgebracht hat. Oder anders ausgedrückt, wir müssen klären, wer an jenem Tag durch das Weltraummuseum entkam. Vielen Dank, Staatsanwalt Edgeworth. Herr Wright, ist die Verteidigung bereit? Ja, euer Herrn. Ich sollte meine Beweisstücke neu sortieren. Relevante Beweismittel der Gerichtsakte hinzugefügt. Also dann, Herr Justice, Ihre Zeugenaussage bitte. Apollo Justice klagt an. Ich hatte Frau Sykes als Mörderin von Clay Taron in Verdacht. Der Verdacht erhärtete sich, als dieses belastende Beweisstück gefunden wurde. Außerdem konnte sie als einzige über die vertauschte Startrampen entkommen. Aus diesem Grund möchte ich Frau Sykes des Mordes anklagen. Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Herr Justice, Ihnen ist bewusst, dass Sie Ihre eigene Kollegin des Mordes bezüchtigen? Ja, euer Herrn. Nach meinen Ermittlungen bin ich zu diesem Schluss gekommen. Aber... Apollo... Warum? Wie kommst du darauf? Herr Wright? Das Kreuzverhör! Bitte! Ich verstehe das nicht. Was hast du in den letzten Tagen herausgefunden, dass du so weit gehst? Kreuzverhör. Apollo Justice klagt an. Ich hatte Frau Sykes als Mörderin von Clay Taron in Verdacht. Moment mal! Warum hatten Sie Frau Sykes ursprünglich in Verdacht? Als Frau Sykes und ich den Tatort untersucht haben... ...und sie die Waffe sah, die Herrn Taron getötet hatte... ...hat mein Armband reagiert. Sie behauptete, das Messer noch nie zuvor gesehen zu haben, was mit dem Armband in Konflikt stand. Er schlug auch jedes Mal an, wenn sie über den Fall sprach. Der arme Apollo muss während der Ermittlungen völlig neben der Spur gewesen sein. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich konnte nicht mehr schlafen. In dieser Verfassung konnte ich vor Gericht keine Leistung mehr bringen. Also beschloss ich, eine Augenbinde zu tragen, um ihre nervösen Angewohnheiten zu ignorieren. Deshalb hat sich Apollo also so seltsam verhalten. Aber Frau Sykes hat unbewusst auf das Messer reagiert... ...weil sie vor sieben Jahren den Mörder ihrer Mutter mit einem identischen Messer verletzt hatte. Clay Taron wurde ebenfalls mit einem dieser Messer umgebracht. Ein Armband hätte also auch reagieren können, weil sie die Mörderin ist. Dagegen kann ich nichts sagen. Aber mein Armband war nicht der einzige Grund für meinen Verdacht. Der Verdacht erhärtete sich, als dieses belastende Beweisstück gefunden wurde. Das ist das Feuerzeug aus dem Weltraummuseum, auf dem ihre Fingerabdrücke sichergestellt wurden. Auf dem ersten Blick wirkt es zwar belastend, doch uns fehlen bestimmt noch ein paar wichtige Fakten. Wenn das so ist, dann beweisen sie es. Hören Sie mir, hören Sie. Mir wäre es auch viel lieber, wenn sie wirklich unschuldig wäre. Aber... Aber Frau Sykes war die einzige zum Zeitpunkt des Mordes im Weltraummuseum. Herr Justice! Frau Sykes hatte doch gar kein Motiv, Herrn Taron zu töten! Vor sieben Jahren war Frau Sykes im Weltraumcenter-Kosmos wohnhaft. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie sich irgendwie kannten. Außerdem begehen Menschen manchmal aus den sonderbarsten Gründen Morde. Ich weiß genau, dass es dafür in ihrer eigenen Karriere eine Vielzahl von Beispielen gibt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wie kannst du wirklich Athena verdächtigen, Apollo? Außerdem konnte sie als einzige über die vertauschte Startrampen entkommen. Wäre es nicht möglich, dass jemand anderes denselben Fluchtweg genutzt hat? Ich befürchte nicht, Herr Wright. Warum nicht? Darf ich Sie an die Kamera im Aufenthaltsbereich 1 erinnern, die die Tür zur Startrampe überwacht? Diese Kamera hat Herrn Taron und Herrn Starbuck aufgezeichnet. In Aufenthaltsbereich 2 gibt es ebenfalls eine Überwachungskamera. Sie hat Herrn Taron's Mörder, oder besser gesagt, Frau Sykes, beim Verlassen des Museums erfasst. Eine Kamera im Aufenthaltsbereich 2? Das höre ich zum ersten Mal. Macht aber Sinn. Athena meinte sie sich, dass sie sich am Abend vor dem Mord in das Weltraummuseum geschlichen hat. Von ihren Gefühlen überwältigt wurde und bis... Von ihren Gefühlen überwältigt wurde und bis Mittag des Folgetags bewusstlos war. Ich habe bis zum Mittag am nächsten Tag geschlafen. Ich habe die Explosion nicht einmal mitbekommen. Als ich aufwachte, war keiner da. Darum ging ich in den Aufenthaltsbereich 2. Wahrscheinlich hat die Kamera sie danach erfasst. Und das hat Apollos Verdacht nur erhärtet. Aber, Moment mal. In diesem Fall muss die Kamera ja auch den wahren Täter aufgezeichnet haben. Das entspricht leider auch nicht der Tatsachen. All right? Das Videomaterial, das nach dem Vorfall aufgezeichnet wurde, zeigt lediglich Frau Sykes. Was? Warum? Warum? Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Das kann nicht sein. Aber wenn das wahr ist, dann... Haben sie nicht selbst bei der vorhergehenden Verhandlung bewiesen, dass der wahre Täter... ...durch das Weltraummuseum entkommen ist, nachdem die Rampen vertauscht wurden waren? Eine These, die sie selbst aufgestellt haben, wird ihn und ihrer Mandantin zum Verhängnis. Ich muss schon sagen, das ist typisch Phoenix Wright. Aus diesem Grund möchte ich Frau Sykes des Mordes anklagen. Als guter Strafverteidiger muss man bis zum bitteren Ende an seine Mandanten glauben. Hat Ihre Kollegin nicht auch ein Anrecht auf dieses Privileg? Da haben Sie nicht unrecht. Ich bin wohl kein besonders guter Anwalt. Aber... Das ist mir egal. Dieser Fall ist mir wichtig. Clay war mein Freund. Und deswegen muss ich die Wahrheit herausfinden. Obwohl Apollo seiner Kollegin vertraute, hatte er sie im Verdacht, seinen Freund getötet zu haben. Um diese Zweifel aus dem Weg zu räumen, ermittelte er auf eigene Faust, was die Zweifel noch mehr... Das war bestimmt nicht leicht für ihn. Apollo mag an ihr zweifeln, aber... Ich bleibe dabei. Athena Sykes ist nicht die Mörderin. Dann möchte ich Sie daran erinnern... Dass Beweise im Gerichtssaal das A und O sind. Wie sieht's aus, Herr Wright? Haben Sie konkrete Beweise, die meine Anschuldigungen widerlegen? Hmm... Ihre Argumente sind alle nachvollziehbar, Herr Justice. Und Ihre Fakten scheinen unwiderlegbar zu sein. Also, Herr Wright? Was halten Sie von meiner Theorie? Wie es aussieht, haben Sie nicht einmal, Sie etwas daran auszusetzen. Frau Sykes hat als Einzige den einzig möglichen Fluchtweg genommen. Unter diesen Umständen gibt es neben der Angeklagten keine weiteren Verdächtigen. Es sei denn... Es gab eine alternative Fluchtmöglichkeit. Halten Sie das für realistisch, Herr Wright? Was sagen Sie dazu, Herr Wright? Ja, was sagst du dazu, Phoenix? Gab es eine alternative Fluchtroute? Äh, natürlich. Ja, natürlich halte ich das für realistisch. Fragt mich nur nicht nach Details. Sie bluffen doch nur, oder? Ich? Bluffen? Nie im Leben! Er kennt mich zu gut. Ist schon in Ordnung, Herr Wright. Hier ist auch ein Bluffrecht. Solange Sie mir... Den Zweifel nehmen, der mich quält! Moment. Darum geht es hier also? Ich... Ich will an Athena glauben. Das möchte ich wirklich. Doch warst du schon glauben, ohne Zweifel. Und deshalb muss ich ihre Unschuld anzweifeln. Damit wäre die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Ihr... Damit... Damit, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt, ich ihr voll und ganz vertrauen kann. Du willst mir... wieder vertrauen können? Hm. Anscheinend hat ihr junger Kollege und soeben die Essenz der Prozessführung aufgezeigt. Ich denke, da haben Sie recht. Wir Staatsanwälte prüfen bei der Befragung des Angeklagten jedes noch so kleine Detail. Und wir Strafverteidiger glauben unseren Mandanten und verteidigen sie bis ans bittere Ende. Wenn beide Seiten ihr Bestes geben, dann kommt auch die Wahrheit ans Licht. Ganz genau. Und ist das Duell erst vorüber, erkennen wir die wahre Bedeutung von Vertrauen. Genau darum geht es doch bei Verhandlungen. Denken Sie nicht? Natürlich! Ich konnte den wachsenden Zweifel in mir nicht einfach ignorieren. Also habe ich beschlossen, mich selbst zu stellen. Ganz gleich, welche Wahrheit auf mich wartet. Ich habe keine Angst. Typisch Apollo. Er nimmt immer alles so ernst. Herr Justice? Ich schwöre feierlich, auch noch den letzten Zweifel aus ihrem Herzen zu vertreiben. Gut. Ich will nämlich wieder an Frau Sykes glauben! Apollo hofft auf eine alternative Route. Nicht nach dem Ausschussverfahren vorgehe, bleiben allerdings nicht viele Optionen übrig. Direktor Kosmos war im südlichen Ausgang. Also blieb nur die Schaltzentrale und der Gang zum Weltraummuseum. Durch welche Tür hätte der Täter entkommen können? Kommen Sie schon, Herr Wright! Wohin könnte der Täter geflohen sein? Äh... Ja, eigentlich doch hier, ne? So dumm es klingt, oder? Ähm... Aber das würde halt erziehen... Aber das ist die einzige... Der Täter hätte nur durch den... Nur in den Gang zum Weltraummuseum entkommen können. Dazu hätte er oder sie nur die Fingerabdrücke des bewusstlosen Herr Starbuck benötigt. Ich habe den Eindruck, Sie wollen Frau Sykes gar nicht freisprechen. Wäre der Täter dort entlang, wäre der einzige Ausgang Aufenthaltsbereich 2 gewesen. Die logische Schlussfolgerung Ihrer Argumentation lautet, dass die Angeklagte die Täterin ist. Ich wusste es. Es gibt keine Alternative, oder? Wenn der Täter in den Gang geflohen ist, der zum Weltraummuseum führt... Dann muss es so sein. Der einzige Ausgang führt in Aufenthaltsbereich 2. Und Frau Sykes war die einzige Person... Die in der Aufzeichnung der Überwachungskamera in Aufenthaltsbereich 2 zu sehen ist. Ich habe den Tatort gründlich untersucht. Aber der Täter hätte wirklich nur in den Gang zum Weltraummuseum fliehen können. Es gibt keine anderen Geheim-Korridore oder sonst irgendetwas. Dann können wir nur Schlussfolgern, dass Athena Sykes die Mörderin ist. So eine vertragte Situation. Gab es wirklich keinen anderen Fluchtweg. Aber, Moment mal. Was wenn... Woher kamen denn diese mysteriösen Blätter, die wir im Gang gesehen haben? Was wenn die ein Hinweis auf den eigentlichen Fluchtweg des Täters sind? Ich glaube... Sehr wohl, dass der Täter ins Weltraummuseum fliehen konnte. Ohne das Gebäude über Aufenthaltsbereich 2 zu verlassen. Ach ja? Startrampe 1 und das Weltraummuseum wurden nach dem Anschlag vertauscht. Was bedeutet... Der Gang zum Weltraummuseum bewegte sich zu diesem Zeitpunkt. Die Schiene entlang. Und da bot sich unserem Täter auch eine alternative Fluchtroute. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Hm. Im intensiven Funkeln in Ihren Augen nach zu urteilen, meinen Sie das todernst? Na dann, Herr Wright! Erleuchten Sie uns! Wohin hätte der Täter vom Museumsgang aus fliehen können? Abgesehen von Aufenthaltsbereich 2? Nach draußen, ne? Hier so? Get that! Wir sind bei unseren Untersuchungen im Museumsgang heute Nachmittag auf etwas Seltsames gestoßen. Nämlich auf ein paar braune Blätter auf dem Boden. Wenn wir uns überlegen, wo braune Blätter für gewöhnlich herkommen, finden wir auch heraus, wohin der Täter geflohen ist. Ja? Mir sind die Blätter auch aufgefallen. Ah! Meinen Sie etwa... Richtig! Während das Museum verschoben wurde, gab es abgesehen von den Sicherheitstüren des Ganges... Noch einen Ort, an den der Täter fliehen konnte. Anders gesagt, die wirkliche Fluchtroute des Täters... ...führte ihn oder sie nach draußen auf das Gelände um des Weltraumcenters herum. Sie haben den Verstand verloren! Sie haben den Verstand verloren! Das wäre doch nahezu unmöglich! Dieser Gang befindet sich auf der Höhe des zweiten Stocks! Selbst wenn der Täter versucht hätte, an die Außenwand des Weltraumcenters zu springen, wäre er oder sie in den Tod gestürzt! Und von welchem Objekt sprechen wir hier gerade, Herr Wright? Die Fluchtleiter... Die Fluchtleiter... Die Fluchtleiter... Frau Blackwell ist selbst auch über diese Leiter aus dem Gebäude entkommen. Bedenken Sie, dass die Startrampen zurückgesetzt wurden, nachdem die Leiter heruntergelassen wurde. Der Gang muss die Leiter auf dem Rückweg also passiert haben. Genau dann wagte der Täter seinen oder ihren halsbrecherischen Sprung... Und klammerte sich an der Leiter fest! Was? Darauf wäre ich nie im Leben gekommen! Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! So, anscheinend haben wir einen alternativen Fluchtweg etabliert. Das heißt also, dass neben Frau Sykes noch jemand anders der Täter sein könnte, oder? Spinnen Sie sich wieder Lügengeschichten zusammen, um das Gericht zu manipulieren, Herr Wright? Ihre Theorie hat so viele Löcher, dass jeder Schweizer Käse neidisch wäre. Na? Wenn das so ist, dann lassen Sie mal hören. Ich habe hier detaillierte Informationen über das Weltraumcenter. Hier steht, dass die Entfernung zwischen dem Museumsgang und dem Hauptgebäude beim Verschieben der Rampe ganze 6 Meter beträgt. Se... 6 Meter? Das soll wohl ein Witz sein. Zudem befindet sich der Gang zwei Stockwerke über dem Boden. Also ungefähr 15 Meter. Und der Täter musste außerdem einen gefährlichen Sprung wagen. An eine instabile Leiter. Oh. Menschen verspüren in solchen Situationen Angst. Das ist der Überlebensinstinkt. Ein gewöhnlicher Mensch hätte... Ein gewöhnlicher Mensch hätte vor dem Sprung zumindest gezögert. Oder wäre vor der Furcht gelähmt gewesen und hätte nicht springen können. Aber der Täter hatte doch gerade jemanden getötet. Er oder sie war bestimmt in Adrenalinrausch. Nichtsdestotrotz, warum hätte er oder sie dieses Risiko eingehen sollen? Als die Rampen wieder still standen, hätte der Mörder doch in Aufenthaltsbereich 2 fliehen können. Aber in Aufenthaltsbereich 2 gibt es eine Überwachungskamera. Hätte der Täter das Museum auf diesen Weg verlassen, wäre er oder sie aufgezeichnet worden. Der Mörder hätte sich aber auch im Museum verstecken können, bis wieder Ruhe eingekehrt war. Und sich unter die Leute mischen, sobald das Museum wieder eröffnet wurde. Guter Einwand. Und doch behaupten sie, der Täter hätte sich auf einen halsbrecherischen Sprung eingelassen. Während des kurzen Zeitfensters, in dem der Gang die Leiter passiert hat. Das ist auch ein guter Einwand. Um das zu schaffen, hätte der Täter außerdem Anlauf nehmen müssen. Hätte er oder sie gezögert, wäre der Sprung zu kurz geraten. Hätte das den Tod bedeutet. Wer um alles in der Welt hätte so einen Plan gefasst? Die guten Argumente können dann auch mal aufhören, Edgeworth. Dieser wahre Täter, den sie immer wieder beschwören, ist nur Einbildung. Warum? Musst du mir jede einzelne Logiklücke unter die Nase reiben? Herr Edgeworth hat recht. Es klingt alles ziemlich abgedroschen. Der Täter müsste jemand sein, der keine Angst empfindet. Wie ein Stuntman. Aber jeder Mensch empfindet Angst. Oder? Sekunde. Aha. Jetzt hab ich's. Es gibt jemanden, der diesen alternativen Fluchtweg benutzt haben könnte. Ich kann es beweisen. Ach ja? Können sie das? Das hier deutet auf eine Person hin, die den alternativen Fluchtweg benutzt haben könnte. Da. Das phantomspsychologisches Profil. Gibt das? Was haben sie da, Herr Wright? Das ist das äußerst interessante psychologische Profil einer gewissen Person. Das Subjekt scheint Emotionen nicht wie andere Menschen wahrzunehmen. Oder anders gesagt. Diese Person verspürt weder Freude, noch Trauer, noch Angst. Er spürt keine Angst? W- Wright. Das meinen sie doch nicht ernst. Ohne lähmende Angst. Hätte sie problemlos schaffen können, wozu ein gewöhnlicher Mensch nicht imstande wäre. So wie für uns ein Weitsprung am Boden keinerlei Angst erzeugt. So könnte diese Person problemlos in 15 Meter Höhe, 6 Meter weit springen. Diese Person hätte diesen Extremfluchtplan ohne zu zögern umsetzen können. Ihrer Meinung nach wäre für eine furchtlose Person die alternative Route schneller gewesen. Und außerdem wäre sie nicht entdeckt worden? Das ist wirklich ziemlich... Das ist wirklich ziemlich extrem, Herr Wright. Aber befand sich denn eine solche Person am Tatort? Ja. Das Phantom. Diese mysteriöse, schattenhafte Gestalt, die immer wieder auftaucht. Du liebe Zeit. Das Phantom. Schon wieder? Ich wusste, dass das Phantom hinter dem Anschlag auf das Weltraumcenter steckte. Aber ich war mir nicht sicher, ob es auch mit dem Mord an Clay Terran zu tun hatte. Jetzt ist der Sachverhalt allerdings glasklar. Das Phantom hat nicht nur die Bomben im Weltraumcenter gelegt, sondern auch Herr Terran ermordet. Aha! Was? Ruhe im Gerichtssaal? Ruhe, sag ich. Herr Wright, bitte fahren Sie fort. Es gibt unglaublich viele Ähnlichkeiten zwischen dem Fall von heute und dem Mord von damals. Sie fragen sich bestimmt auch, warum das so ist. Und die Antwort lautet, dasselbe Phantom zeichnet sich für beide Vorfälle verantwortlich. Also hat dieses Phantom Clay umgebracht? Aber wer steckt hinter dieser Maske? Das Phantom zieht bei diesem Fall schon die ganze Zeit im Hintergrund die Fäden. Ein unbekannter internationaler Spion. Wer könnte es sein? Wright! Diesen Fluchtplan hatte das Phantom sicherlich von Anfang an. Und es hat Direktor Kosmos auch dazu gebracht, die Startrampe zu vertauschen. Die Bombe im ersten Stock sollte die Aufzüge und die Treppe blockieren. Deshalb hat es auch eine Warnung ausgesprochen und die Bombe entsprechend platziert. Ja, ich denke, da liegen Sie richtig. Aber eine letzte Sache ist noch nicht geklärt. Also, habe ich die Fluchtleiter heruntergelassen, wie es mir der leitende Inspektor gesagt hat. Das war so nervig. Warum haben Sie die Leiter nicht in einem anderen Raum heruntergelassen? Das Robotik-Labor ist nicht der einzige Raum mit einer Fluchtleiter. Doch der Täter hätte den Sprung nicht geschafft, ohne zu wissen, welche Leiter benutzt werden würde. Sie meinen also, dass das Phantom ist jemand, der genau wusste, dass die Leiter aus dem Labor zum Einsatz kommen würde? So ist es. Hm. Wer hätte das denn wissen können? Einen Augenblick. Also habe ich die Fluchtleiter... Also habe ich die Fluchtleiter heruntergelassen, wie es mir der leitende Inspektor gesagt hat. Frau Blackwell hat die Leiter heruntergelassen, weil der Inspektor, der die Evacui... Ah! Ich glaube, ich tritt ein Pferd. Hast du es geknackt, Wright? Weißt du, wer das Phantom ist? Ja. Wer denn? Wer hat Clay auf dem Gewissen? Unser geheimnisvoller Spion. Alias das Phantom. Ist niemand geringeres als... Juniper... Nein. Natürlich ist es ganz offensichtlich... Nein. Entsch... Nein. Habt ihr es herausgefunden? Es ist Bobby Fulbright! Nein. Nach den Explosionen traf eine Mitarbeiterin auf einen gewissen Inspektor. Ich hatte... im dritten Stock Dienst. Es war ganz schönes Chaos. Das kann ich Ihnen sagen. Und der Inspektor, der die Evakuierung aus dem dritten Stock geleitet hat, tat das mit einem sehr speziellen Hintergedanken. Also habe ich die Fluchtleiter heruntergelassen, die es mir der leitende Inspektor gesagt hatte. Er bereitete nämlich seinen eigenen Fluchtweg für später vor. Wir haben eine Fluchtleiter aus einem Fenster im dritten Stock heruntergelassen. Sobald alle sicher durch, das Fenster evakuiert wurden, waren, bin ich auch in den Schutzraum. Sie alle kennen diesen Inspektor gut. Er ist sogar der leitende Inspektor des aktuellen Falls. Er wirkt wie ein emotionaler Mann. Doch laut seines psychologischen Profils hat er keine Gefühle. Was wollen Sie damit sagen? Dann ist das Phantom Inspektor Bobby Fulbright. So ist es. Wir alle haben uns von seiner aufgesetzten Persönlichkeit täuschen lassen. Inspektor Fulbright ist in Wirklichkeit das Phantom. Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! All right! Wie ist das möglich? Ganz einfach, euer Ehren. Inspektor Fulbright leitet die Evakuierung im dritten Stock. Uns sollte stutzig machen, dass nur er, dass er nur eine einzige Leiter benutzen wollte. Allein die Leiter im Robotiklabor wurde auf seine Anweisungen hinuntergelassen. Außerdem brachte er über diese Leiter alle Anwesenden in den Schutzraum im Keller. So wahr wir hier stehen. Das war alles Teil seines Plans, den perfekten Fluchtweg zu sichern. Nachdem Fulbright sichergestellt hatte, dass die Leiter vom Robotiklabor hinuntergelassen wurde, ging er in den Aufenthaltsbereich, tötete Clay Terran und floh ins Weltraummuseum. Das Museum setzte sich in Bewegung, erwartete den richtigen Moment ab, nahm Anlauf und als der Gang die Leiter erreichte, sprang er hinüber. Äh, ich glaube es nicht. Dieser einfältige Inspektor hat das alles geplant. Stimmt das wirklich? Ich dachte doch die ganze Zeit. Entschuldigung, wie war gleich noch ihr Name? Mein Name? Ich bin Bobby Fulbright. Der hellenhafte Inspektor, der unsere guten Bürger und Bürgerinnen vor dem Bösen beschützt. Der Verfechter der Gerechtigkeit. Der steht zur Hilfe, als wenn Not am Mann ist. Ha, 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 ha. Ein Motto habe ich natürlich auch. Gerechtigkeit ist meine Devise. Dann hat er sich auch nicht wirklich Sorgen um Simon gemacht. Ich habe mir geschworen, Starterweil Blackweb wieder in unsere Gesellschaft einzugliedern. Darum kann ich nicht mit ansehen, wie er von Gefühlen geleitet den Angeklagten auseinander nimmt. Dieses Monster hat Clay umgebracht? Er? Ich habe mich ordentlich einwickeln lassen. Da fällt mir ein, er hat ja auch das blutverschmierte Feuerzeug in den Gerichtssaal gebracht. Wegen dem Mistkerl habe ich Athena verdächtigt. Verdammt! Wie konnte ich nur darauf reinfallen? Und die Polizei hat er auch unterwandert. Eine Schande. Euer Ehren. Die Verteidigung möchte Inspektor Bobby Fulbright in den Zeugenstand rufen. Hm. Ja, ich gebe Ihnen recht. Wir müssen ihn sofort befragen. Nach einer kurzen Pause werden wir uns anhören, was Inspektor Fulbright zu sagen hat. 20. Dezember 17.13 Uhr Bezirksgericht Angeklagtenzimmer Nummer 5 Vielen, vielen Dank, Herr Wright. Wenn Sie sich nicht für mich eingesetzt hätten, dann... Dann... Dank dich noch nicht. Wir haben noch einiges vor uns. Alles klar, Chef. Ah, Apollo? Uff. Die beiden müssen sich dringend aussprechen. Athena, fühlst du mir einen gefallen? Was? Worum geht's denn? Kannst du mir... Ordentlich eine verpassen? Was? Warum sollte ich denn das tun? Ich hätte an dich glauben sollen. Stattdessen habe ich mich vom Zweifel zerfressen lassen. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht vertraue... Autsch! Erzähl doch kein Quatsch, Apollo! Was du getan hast, war richtig rührend! Was? Wovon redest du da bitte? Ich? Ich will an Athena glauben! Das möchte ich wirklich! Doch was ist schon glauben ohne Zweifel? Deshalb muss ich ihre Unschuld anzweifeln. Damit, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt, ich dir voll und ganz vertrauen kann. Du hast dir die ganze Zeit genommen, um wirklich zu verstehen, wer ich eigentlich bin. Das tun nur wahre Freunde, Apollo! Wie könnte ich dich da schlagen? Ein paar Sekunden hattest du auch noch kein Problem, ihm in eine zu verpassen. Danke, Athena. Und danke, dass du mich in die Realität zurückgeholt hast. Wenn ich vor Gericht einmal einnicke, weiß ich jetzt wenig an meiner Seite brauche. Scheint so, als hättest du ein paar vielversprechende junge Leute in deinem Team. Edgeworth! Ja, ich kann mich glücklich schätzen. Und auf den Mund gefallen sind sie auch nicht. Ich bringe gute Neuigkeiten. Aura Blackwell hat sich ergeben und die Geysen sind wieder frei. Tschüssi und die anderen! Oh, dem Himmel sei Dank! Frau Blackwell meinte, dass sie dringend etwas erledigen müsse. Also habe ich ihr eine Sondererlaubnis erteilt. Ich frage mich, was sie vorhat. Ich frage mich, was sie vorhat. Frau Blackwell! Ich bin nicht hier, um mich zu entschuldigen, falls Sie das denken. Ich habe alles dafür getan, um die Wahrheit über den Fall von damals ans Licht zu bringen. Aber ich bin hier, weil ich Ihnen allen etwas zu sagen habe. Frau Aura! Wie ihr siehst hier, um uns allen den Kopf zu waschen. Frau Blackwell! Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wir tragen die Schuld daran, dass Sie der Justiz nicht trauen konnten. Die Gerichtsseele sind definitiv voller Dünnbrettbohrer. Aber trotz allem denke ich, ich überlasse den Rest des Falls Ihnen. Oh, Frau Aura! Heißt es, dass Sie dem System wieder vertrauen? Natürlich nicht! Halt den Randschrottbüchse! Aber ich habe nichts dagegen, wenn Sie Mätis Mörder das Hand weglegen. Überlassen Sie das uns! Wir knöpfen ihn uns vor! Das heißt dann wohl, dass Sie wenigstens uns langsam wieder vertraut. Aura! Simon! Schön, dass du sowohl, dass sowohl du, als auch die Prinzessin freigesprochen wurden. Und alles nur dank mir und meinen Blechbüchsen! Ich hoffe, du weißt, das zu schätzen. Hm. Ich hätte nie gedacht, dass du so weit gehst. Auch wenn du immer schon extrem warst. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dich jemand zum Hilfe gebeten zu haben. Lebenswürdig wie immer. Naja, du hast deine Freiheit wieder. Für mich beginnt die Zeit in der schwedischen Gardin. Hoffentlich übernimmst du nicht die Anklage bei meiner Verhandlung. Ihr endet sonst bestimmt mit der Todesstrafe. Hm. Du kennst mich zu gut. Zuneigung kann eine Menge Form annehmen. Diese hier würde ich als verkümmert bezeichnen. Aber ich wäre morgen tatsächlich hingerichtet worden. Wegen dir zögerte sich meine Fahrt über den Sticks noch ein wenig hinaus. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Es tut mir leid, dir so viel Kummer bereitet zu haben. Simon. Es freut mich, Simon. Schön, das aus deinem Mund zu hören. Aura. Gut, das reicht jetzt. Gerichtsdiener, bringen Sie mich in die Strafanstalt. Für die Taten von Frau Blackwell gibt es keine Entschuldigung. Aber sie hat es für ihren Bruder getan. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Inspektor Fulbright das Phantom sein soll. Ich, ich kann es nicht glauben, dass er Clay getötet hat. In der Tat. Und meine Mentorin, was die kleine Athena zutiefst verstört hat. Generalstaatsanwalt? Ja? Darf ich um meinen Gefallen bitten? Ich würde für diesen Prozess gerne als Staatsanwalt fungieren. Ich möchte dem Fatum eigenhändig den Kopf abschlagen. Das hatte ich die ganze Zeit schon geplant. Schließlich ist es nicht alltäglich, dass ein Mann meiner Position den Staatsanwalt nimmt. Herr Edgeworth. Die entsprechenden Anträge müssen noch gestellt werden. Doch sie sind hiermit bedingt entlassen. Bitte übernehmen Sie als Staatsanwalt offiziell die Anklage und bringen Sie die Wahrheit ans Licht. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Nun, endlich ist der Tag gekommen, mich aus der eisernen Umklammerung zu befreien. Generalstaatsanwalt, erweisen Sie mir die Ehre? Schon lange warte ich darauf. Vielleicht ist es nur die gewonnene Freiheit. Doch die Luft wirkt erfrischender, das Licht heller. Und ich werde Fulbright diesem Halunken mit Freuden ein blutiges Ende bereiten. Seine Euphorie ist nicht zu übersehen, auch wenn ich die Stimme seines Herzens nicht höre. Es ist schön, aber ich will ich will noch nicht losheulen. Wir müssen den Prozess noch zu Ende bringen. Es ist völlig in Ordnung zu weinen, Athena. Versprochen. Staatsanwalt Blackwell, Herr Wright, bitte rächen Sie Clay's Tod für mich. Wovon redest du da, Apollo? Du kommst natürlich mit ans Strafverteidigerpult. Ach so? Ich kann ja wohl kaum erwarten, dass Athena mir assistiert. Sie ist doch die Angeklagte. da bleibst nur noch du übrig, Apollo. Aber wollen Sie wirklich mich dabei haben? Ich habe mir doch eine Auszeit genommen. Unser Büro ist gerade ziemlich unterbesetzt. Da kann ich gar nicht wählerisch sein. Danke, Herr Wright. Apollo? Athena, jetzt kann ich es im Brustton der Überzeugung sagen. Ich glaube an deine Unschuld und die beweisen wir jetzt auch dem Rest der Welt. Danke, Apollo. Ich weiß, ihr kriegt das hin. Also, brauchst du die Augenbinde jetzt nicht mehr, oder? Genau, ich bin jetzt wieder okay. das ist der Apollo, den ich kenne. Willkommen zurück, Apollo? Die Verhandlung geht gleich weiter, doch ihr habt offensichtlich alles im Griff. Jep, ich fahr zurück ins Büro der Staatsanwaltschaft. Wieso denn das? Ich will mir einige wichtige Details ansehen, nämlich, wer vor sieben Jahren als erstes am Tatort war, die vom Roboters registrierten Gesichtsdaten und Inspektor Fulbright's Hintergrund. Klingt super, Edgeworth. Danke. Im Gegenzug erwarte ich einen Sieg von dir, right? Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Okay, seid ihr beiden soweit? Darauf können sie wetten. Auf ins Getümmel! Jetzt geht es wirklich um alles. Der Mord an Apollos Freund. Das Bombenantat im Gericht. Und der Fall, der vor sieben Jahren das dunkle Zeitalter der Justiz eingeläutet hat. Das Schicksal hat uns alle zusammen getrommelt, um den Übeltäter zur Verantwortung zu ziehen. 20. Dezember 17. 27. Bezirksgericht Gerichtssaal Nummer 4. Lassen Sie uns die Verhandlung fortsetzen. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage kann es kaum erwarten. Das ist das erste Mal seit meinem Karrierestart, dass wir gemeinsam am Strafverteidigerpult stehen. Wimt, du hast recht. Damals sagte ich noch, du hättest eine große Klappe mit nichts dahinter. Du hast seitdem eine enorme Entwicklung hingelegt, Apollo. Du kannst stolz auf dich sein. Ja, es lief nicht immer alles glatt, aber im Großen und Ganzen habe ich mich gut geschlagen. Bescheidener ist er aber nicht geworden. Da hat Soundwald Blackwell, da die Fehlentscheidung von damals aufgehoben wurde, können Sie nun Ihren rechtmäßigen Platz Oh ja, die Gefehlzuselei heben wir uns wohl für später auf. Du Gerichtsdiener, bitte bringen Sie unverzüglich den Zeugen herein. Dazu weil Blackwell liegt zwar nicht mehr in Ketten, aber er ist immer noch der Alte. Sieben Jahre Miese Peter wird man nicht so schnell wieder los. Bobby Fulbright zur Stelle. Man hat mich in den Zeugenstand gerufen und da bin ich auch schon. Inspektor Fulbright ist Ihnen bewusst warum Ihre Aussage angefragt wurde? Aber sicher doch es kann nur einen Grund dafür geben. Es ist mal wieder Zeit für Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ist meine Devise. Auf das Getur fallen wir nicht mehr herein. Ihre Gerechtigkeit ist doch nur Lug und Trug. Was? Stellen Sie etwa meine Gerechtigkeit sind in Frage. Ich meine natürlich mache ich manchmal Fehler aber er verhält sich so wie immer. ich weiß der Mann ist ganz schön zuversichtlich. Null Bright wenn Sie unseren Verdacht entkräften wollen sollten Sie Aussagen. Na schön ich mache ja schon ich soll meine Rechtschaffenheit beweisen nichts leichter als das Zeugenaussage der Inbegriff der Gerechtigkeit Hahahaha ich bin der Inbegriff der Gerechtigkeit ich lasse mich doch von Ihnen nicht absurde Anschuldigungen zum Schurken verunglimpfen und diese Geschichte mit dem Flucht Weg ist nur eine graue Theorie es gibt keine Beweise aber wir haben Beweis für Erzidas schuld dieses Feuerzeug mit Finger abdrücken die behaupten also dass der Verdacht gegen sie völlig haltlos ist und dass die Angeklagte wirklich die Mörderin ist ganz genau die Fluchtweg Theorie des Herrn Rechtsanwalt ist völlig unerheblich er kann doch gar nicht beweisen dass ich an die Leiter gesprungen bin wir haben keinerlei Beweismaterial da haben sie recht allerdings haben sie für ihre Anschuldigung auch keinerlei Indizien da haben sie wohl recht aber Gerechtigkeit lasst sich nicht über Beweise definieren sie ist nicht greifbar eine Berufung muss ich ihnen wirklich mit dem Wörterbuch kommen bitte bleiben sie wo sie sind das phantom macht sich über mich lustig wie wäre es wenn wir einfach bei der sache bleiben meine gerechtigkeit ist nichts übersehen machen sie sich machen sie doch mal die augen auf aufgewacht die gerechtigkeit lacht schluss mit ihrem vier lefans null bright antworten sie die fragen des gerichts wenn sie auch nur ein funken gerechtigkeit in sich haben oh staatsanwalt blackwell staatsanwalt blackwell wirkt ziemlich zwiegespalten immerhin war fullbright sein partner hmm da sanwalt blackwell hat recht das kreuzverhör wird die wahrheit ans licht bringen der verdacht gegen inspektor fullbright ist momentan lediglich ein verdacht ich werde die anschuldigung gegen den inspektor so unparteiisch wie möglich beurteilen gibt es irgendwelche Einwände nein euer ehren ha 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 dann schießen sie los und fragen sie mich ruhig aus es scheint keinerlei Einwände zu geben nun denn herr right beginnen sie das kreuzverhör ok der inbegriff der gerechtigkeit ha ha ich bin der inbegriff der gerechtigkeit der inbegriff der gerechtigkeit das sind doch nur leere worte aber wenn man sie oft genug wiederholt werden sie irgendwann wahr so verwirklicht man doch auch seine träume oder man wünscht sich immer wieder dasselbe na schön von mir aus weiter im text ich lasse mich doch von ihnen absurden anschuldigungen nicht zum schurken verunglimpfen meine anschuldigungen sind sehr wohl kaum absurd ich habe mir natürlich gedanken gemacht naja über einen tofu burger hat sich sicher auch irgendjemand mal gedanken gemacht gegen frau seitz spreche ich aber nicht nur gedanken sondern belastbare beweisstücke aus nämlich das feuerzeug mit frau seitz finger abdrücken und dem blut des opfers das mag ja stimmen aber moment inspector vorbreit hat das beweisstück doch im gerichtssaal gebracht wenn sie einen konkreten verdacht haben sollten sie null breit damit konfrontieren right dono besonders wenn er dieses feuerzeug betrifft er hat recht aber wie soll ich die frage formulieren ähm die anzahl der abdrücke wie viele abdrücke wurden sichergestellt drei daumen zeige und mittelfinger einer rechten hand also drei daumen zeige und mittelfinger einer rechten hand euer ehren das ist wichtig können wir diesen teil bitte mit in meiner aussage aufnehmen aber sicher doch das war da war der inspektor einfach schneller ha ha bei ermittlung und zeugenaussagen kommt es aufs tempo an auf dem feuerzeug befanden sich drei abdrücke vom daumen zeige und mittelfinger auf der rechten hand moment ähm der täter hielt ein feuerzeug mit einem erz symbol in der linken und ein messer in der rechten hand sie haben gesagt dass die abdrücke von einer rechten hand stammen korrekt richtig gar kein zweifel aber das kann nicht sein wie wieso kann das nicht sein laut frau blackwell die den täter selbst gesehen hat gilt er oder sie das feuerzeug in der linken hand ach da stellt sich doch die frage warum stammen die abdrücke auf dem feuerzeug von einer rechten hand statt einer linken oh sie haben recht es ergibt keinen sinn euer ehren dieses feuerzeug lässt sich wohl kaum als handfestes beweis bezeichnen die behauptung des zeugen widersprechen der fakten lage inspector fulbright ich hoffe sie haben eine gute erklärung dafür das ist mir schleierhaft die abdrücke stammen definitiv von der rechten hand aber warum passt das nicht zur frau blackwells aussage ich hab's was haben sie inspektor der spiegel die zeugin muss das spiegelbild des täters gesehen haben brühen sie weiter frau blackwell hat den tat doch durch das fenster vom aufenthalts bereich eins gesehen oder da ich denke schon meinen sie das kleine fenster hinten rechts genau das unter der gegenüberliegenden wand befindet sich ein großer spiegel ja daran erinnere ich mich ah sie wollen also sagen richtig frau blackwell hat einfach die reflektion des täters im spiegel gesehen oh verstehe in diesem fall wären rechts und links natürlich vertauscht nicht wahr sehen sie das ist die logik der gerechtigkeit aber das ist doch nur spekulation sie können nicht beweisen dass frau blackwell nur das spiegelbild gesehen right donna damit schneiden sie sich nur ins eigene fleisch drängen sie sich mehr an wie bitte so ist es außerdem kann der täter das feuerzeug nicht in der linken hand gehalten haben ach ja und warum nicht frau blackwell gab an auf dem feuerzeug ein planetensymbol gesehen zu haben oder das symbol befindet sich jedoch nur auf einer seite des feuerzeugs sie haben recht auf der anderen seite ist kein symbol eben das ist so gut glatt poliert wie die wundervolle kopfhaut des richters hätte der Täter das feuerzeug in der linken hand gehalten hätte er oder sie das symbol verdeckt au 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 außerdem muss man die klappe dieses feuerzeugs mit dem daumen hoch klappen hätte der Täter es also in der linken hand gehalten so dass das symbol gut sichtbar war hätte er oder sie das feuerzeug weder öffnen noch verwenden können wenn er oder sie es mit rechts gehalten hat dann sieht alles natürlich anders aus also können wir mit Gewissheit sagen dass der Täter das Feuerzeug in der rechten Hand gehalten hatte nein ich kam mir doch so clever vor da haben sie wohl eine unfruchtbare Blume gepflanzt vor meiner Blume der Gerechtigkeit weckt alles dahin er ist ein sehr brocken bisher hatte noch jeden Widerspruch entkräftet den ich gefunden habe und Gerechtigkeit ist meine Devise glauben sie mir jetzt ich bin kein phantom gibt es diesen spion überhaupt ich wette den haben sie sich nur eingebildet oh das ist alles so traurig aber ich befürchte Frau Sykes ist wirklich die Mörderin in spekt der fulbright haben sie nicht gesagt dass sich das planeten symbol nur auf einer seite des feuerzeugs befindet sind sie da ganz sicher natürlich sehen sie doch selbst sehen sie etwa auf beiden seiten ein planeten symbol ich wusste es inspektor sie lügen wie bitte du meinst ja mein armband hat auf seine aussage über das symbol reagiert er verschweigt uns etwas wichtiges und mithilfe meiner fähigkeit sollten wir ihm auf die schliche kommen justice dono reifen sie etwas schon wieder zu schmutzigen tricks das sind keine schmutzigen tricks staatsanwalt blackwell na schön auch wenn mir diese praxis zuwider ist werden wir darauf jetzt keine rücksicht nehmen weitermachen blackwell hat gerade seinen segen gegeben wenn auch nur widerwillig du bist dran apollo na dann mal los inspector vorbright können sie den letzten teil der aussage bitte wiederholen was um alles in der welt haben sie vor also gut ich tue ihnen den gefallen ich wiederhole dass wir sie so oft sie wollen hören sie gut zu das planetensymbol befindet sich nur auf der rechten seite die man sieht wenn man es mit rechts hält ah ja Kassel! Das mag sein, aber mit dem Feuerzeug stimmt etwas nicht! Lassen Sie mich einen Blick drauf werfen! Warum denn? Das ergibt keinen Sinn! Sie können nicht einfach! Hören Sie auf, damit herumzuhampeln und tun Sie, was man Ihnen sagt, Nullbright. Wenn Sie nichts zu verbergen haben, macht Ihnen eine simple Inspektion doch nichts aus. Was? Ich ziehe auch noch Staatsanwalt Blackwell? Hm, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber wenn Staatsanwalt Blackwell darauf besteht, muss es wichtig sein. Ich erlaube der Verteidigung, das Feuerzeug zu untersuchen. Gut, vielleicht bringen wir etwas Neues in Erfahrung. Ich hoffe doch. Nehmen wir das Ding mal genauer unter die Lupe. Ah ja, was ist das? Igitt! Ihr Rückseite ist voller Blut. Hält Ihnen auf diesem Blutfleck irgendwas auf? Ja, diese harte Kante ist doch unnatürlich. Angeblich wurde das Feuerzeug in der rechten Hand gehalten, sodass das Symbol unsichtbar war. Aber dann sollten die Abdrücke um das Symbol herum sein und auf der Verschlusskappe. Stimmt. Irgendwas ist hier faul. Ähm... Hier? Hm... Schwer zu sagen, ob die Abdrücke von der rechten oder der linken Hand stammen. Es bringt nichts, die Fingerabdrücke ohne Mikroskop zu untersuchen. Aber mit diesem Feuerzeug stimmt eindeutig etwas nicht. Sehe ich auch so! Fühlen wie ihm auf den Zahn! Äh... Habe ich irgendwas noch nicht untersucht hier? Ah ja, das Symbol. Das ist also das Planetensymbol, von dem Inspector Fulbright gesprochen hat. Sehen Sie irgendwas interessantes? Hm? Äh... Hey, sieh dir das an! Das Symbol ist eigentlich auf dem Kopf! Wow! Es hat sich... Ausgeklappt! Ein Griff! Ein Abzug! Ist das etwa... Es besteht kein Zweifel! Was sie da in den Händen halten, ist eine Pistole! Eine... Was? Eine Pistole? Das ist es also! Euer Ehren! Denken Sie an heute Morgen, als Direktor Kosmos im Zeugenstand ausgesagt hat. Eine Kugel, die den Sauerstofftank getroffen hat, war sehr klein. Wahrscheinlich Kaliber 10. Und genau das richtige Kaliber für diese kompakte kleine Pistole. Sie scheint am Tatort abgefeuert worden zu sein. Ich bin völlig platt! Das Feuerzeug ist eigentlich eine Pistole! Als Inspector Fulbright also sein Holster berührt hat... Genau! Immer wenn er das Planetensymbol erwähnt hat, muss er unterbewusst an das Geheimnis des Feuerzeugs gedacht haben. Mit anderen Worten... Er wusste von Anfang an, dass wir es mit einer Pistole zu tun haben. Ein Feuerzeug, das sich in eine Pistole transformiert. So etwas haben doch nur Spione. Gewöhnliche Leute kriegen so ein technisches Spielzeug gar nicht in die Finger. Dieses Hightech-Gerät sind alleine Elite-Spion vorbehalten, wenn ich mich nicht irre. Inspector Fulbright, können Sie das bitte erklären? Was gibt es da denn zu erklären? Ich hatte keine Ahnung, was hinter dem Feuerzeug steckt. Es wurde im Weltraummuseum gefunden und dann habe ich es sofort hergebracht. Ich hatte nicht mal Zeit, es mir selbst anzusehen. Als Sie das Planetensymbol erwähnt haben, haben Sie Ihr Holster berührt. Das war eine unterbewusste Geste, weil Sie von der Pistole wussten. Die können Sie den ganzen Tag Entschuldigung erfinden, aber wo sind Ihre Beweise? Können Sie belegen, dass ich von der Pistole im Feuerzeug wusste? Nicht wirklich. Und wem gehören die Fingerabdrücke? Doch wohl Frau Seitz? Das beweist, dass die Pistole am Tatort abgefeuert hat? Äh, ich habe den Eindruck, dass der Inspektor recht hat. Versuchen Sie eigentlich Ihre Unschuld, die Unschuld Ihrer Mandantin zu beweisen? Ich mache das nicht gerne, aber nach dem aktuellen Stand der Dinge muss ich aus der Perspektive der Anklage folgende Schlüsse ziehen. Die Person, die im Aufenthaltsbereich nach dem Vorfall auf Direktor Kosmos geschossen hat und die Person, die Frau Blackwell mit dem Feuerzeug gesehen hat und die Person, die Herrn Terran ermordet hat sowie die Person, die im Weltraumcenter die Bomben gelegt hat ist die Angeklagte Athena Sykes. Die Abdrücke auf dem Feuerzeug überführen Sie. Nein! Ha, ha, ha! Sehen Sie? Ein Verfechter der Gerechtigkeit könnte nie im Leben der Täter sein. Und ich denke, damit ist Frau Sykes so olle bei der Angelegenheit hinreichend geklärt. Das Beweismaterial deutet darauf hin, dass die Angeklagte schuldig ist. Haben Sie etwas hinzuzufügen, Staatsanwalt Blackwell? Herr Weise sind im Gerichtssaal, das A und O. Herr Nolbreits Aussagen ist nicht zurücklehnt. Aber... Nur die Ruhe, Apollo. Als Staatsanwalt muss er das sagen. Herr Rechtsanwalt, wir bringen im Namen der Gerechtigkeit Verbrechen zur Stelle! Sie sollten unschuldige Leute wirklich nicht nur wegen seltsamen Angewohnheiten verdächtigen. Sie tauchen oft auf! Ganz verschurbelt im Gericht! Als wären sie eben aus dem Bett gefallen! Sagt der Mann, der nachts doch seine Sonnenbrille trägt! Ich werde ihm Beweise liefern! Ich werde nachweisen, dass dieses Feuerzeug nicht Frau Sykes, sondern Ihnen gehört! Hm... Klingt, als wärst du auf etwas gestoßen, Apollo! Ich dachte mir nur, wenn ich die Abdrücke auf dem Feuerzeug Athena überführen soll... Sollten wir vielleicht die Glaubwürdigkeit des Beweisstücks selbst in Frage stellen? Du meinst, das Feuerzeug könnte ein gefälschtes Beweismittel sein? Genau! Vielleicht gehört es auch zu Fulbrites großem Plan! Hat er sich irgendwie komisch verhalten, während ich alleine unterwegs war? Da fallen mir schon ein paar Gelegenheiten ein, ja... Selbstverständlich! Sehen Sie sich das an? Was ist das? Ein Feuerzeug? Inspektor, wir müssen einen Abgleich von Fingerabdrücken mit denen vom Aufenthaltsbereich machen! Oh, aber natürlich! Ich habe sogar die Fingerabdrücke, Abdruckdaten aller Beteiligten des Falls bei mir! Ich kann mir jederzeit eine neue Kopie davon machen! Behalten Sie es! Ich schenke sie Ihnen! Pfff! Angenommen, er hat von langer Hand eine angeklügelte Falle für uns geplant! Dann muss an diesem Beweisstück doch irgendwas zu finden sein! Stimmt etwas mit diesem Feuerzeug und seiner Rolle in dem Fall nicht? Ähhh... Der Besitzer der Abdrücke! Sind das wirklich Athenas Abdrücke? Die passen auf jeden Fall zu ihren Fingerabdruckdaten! Hm... Aber was ist mit den Daten? Inspektor Fulbright! Sie haben uns doch das Feuerzeug und die Fingerabdruckdaten gebracht! Nicht wahr? Ja! Warum fragen Sie? Ihren Angaben zufolge stimmten Frau Sykes Abdrücke mit den Fingerabdruckdaten überein! Doch ich frage mich, haben Sie auch die offiziellen Daten verwendet? Alright! Wollen Sie etwa andeuten, dass das Beweismaterial manipuliert wurde? Finden wir es doch heraus! Dazu müssen wir nur die Fingerabdrücke noch einmal untersuchen! Und mit den offiziellen Daten der Person vergleichen, die mit dem Fall in Verbindung stehen! Was? Sie wagen es denn im Begriff von Gerechtigkeit und Unschuld zu beleidigen? Das ist doch überflüssig! Euer Ehren, ich schließe mich dem Antrag der Verteidigung an! Der Abgleich muss wiederholt werden! Also gut! Gerüchtsdiener! Oh, die offiziellen Daten sind schon hier! Wie lautet die Ergebnisse? Hm... 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 Was ist... Es ist genau wie die Verteidigung vermutet hatte! Die Fingerabdrücke auf dem Feuerzeug gehören nicht der Angeklagten! Jaaaah! Ja! Die gehören dem Opfer! Herrn Clay Terran! Feuerzeug in der Gerichtsakte aktualisiert! Die Fingerabdrücke auf dem Feuerzeug gehören Clay? So, so, so... Da fällt mir ein... Haben Sie nicht die Fingerabdrücke des Opfers abgenommen, Null Bright? Ich habe ihm persönlich während der Ermittlung seine Handschuhe ausgezogen! Um seine Identität überprüfen zu können, musste ich ihm Fingerabdrücke abnehmen! Nachdem sie die Abdrücke des Verstorbenen registriert hatten, hätten sie problemlos mit seinem Blut auf das Feuerzeug übertragen können. Danach haben sie seine Hand einfach sauber gewischt. Nyaaaah! Außerdem haben sie selbst zugegeben, die falschen Fingerabdruckdaten zusammengestellt zu haben! Sie wollten Frau Sykes den Mord um jeden Preis anhängen! Nyaaaah! Mit dieser Aktion wollten sie uns von dem Phantom ablenken, das hinter allem steckt! Sie wollten den Eindruck erwecken, dass es nichts mit der Sache zu tun hat! Bedeutet das also, Inspektor Fullbright ist wirklich das Phantom? Bedenken Sie nur die Fluchtroute des Mörders! Kein gewöhnlicher Mensch hätte sich in solche Gefahr begeben! Nur das Phantom, der Mann ohne Emotionen, hätte das getan! Jaaaah! Inspektor Fullbright! Sie allein hätten diesen Fluchtweg nutzen können! Jaaaah! Ich, ähm, ich! Nolbright! Sind Sie wirklich das Phantom? Antworten Sie! Sonst reiße ich Sie an Ort und Stelle in Stücke! Jaaaah! Okay, okay, okay! Gib's dazu! Ich gestehe! Ich... Ich bin nicht das Phantom! Das Spiel ist aus! Seien Sie ein Mann und bekennen Sie! Aber ich bin kein Spion! Ich bin ein verdeckter Ermittler! Ich bin selbst dem Phantom auf der Spur! Moin, verdeckter Ermittler! Warum gönnen Sie sich denn keine Dusche? Verdeckt! Er versucht an Informationen zu gelangen, ohne seine Identität preiszugeben! Ahem! Ist das wahr, Nolbright? Jaaa! Ich war dem Phantom schon dicht auf den Fersen! Aber leider... Hat der Spion mich erwischt, obwohl ich ihn eigentlich fangen sollte! Er hat meine Familie gefangen genommen und mich gezwungen mit ihm zu kooperieren! Was? Und das erzählen Sie uns jetzt? Aber wenn das die Wahrheit ist! Wer war dann die geheimnisvolle Gestalt, die Frau Blackwell und Herrn Starbuck gesehen haben? Das war ein Turm natürlich! Ich hab doch nur dafür gesorgt, dass die Fluchtleiter hinuntergelassen wird! Ich glaube Ihnen nicht! Und wie erklären Sie das manipulierte Feuerzeug? Das war auch eine Forderung des Phantoms? Als Leitender Inspektor war es ganz einfach, Beweismaterial zu fälschen! Das Phantom hat mir auch befunden, dass Sie das heißes Verbrechen in die Schuhe zu schieben! Und das sollen wir Ihnen abkaufen? Noel Bright! Was wollte das Phantom mit all dem bezwecken? Es wollte den Raketenstart sabotieren! Zumindest hat er das so gesagt! Jemand, der den Staat verhindern wollte, hat ihm wohl Befehle erteilt! Ich muss mich auch bei Ihnen entschuldigen! Phantom! Das Phantom wollte, dass ich mich mit Ihnen anfreunde! Es hat mir befohlen, sein psychologisches Profil zurückzuholen! Also hat es mir ein Aasgeier zur Überwachung geschickt! Ich war gar kein Verfechter der Gerechtigkeit! Sondern eine Spielfigur des Bösen! Ein Werkzeug des Phantoms, das damals das Mondgestein gestohlen und Dr. Sykes getötet hat! Das reicht, Noel Bright! Offenbaren Sie endlich die wahre Identität des Phantoms! Aber ich kenne Sie nicht! Das Phantom hat seine Identität äußerst gut geheim gehalten! Es besitzt geheime Informationen über verschiedenste Organisationen und Länder! Darum gibt es zahlreiche Organisationen, die das Phantom tot sehen wollen! Wenn man mich für das Phantom halten würde, könnte man mich überall und jederzeit umbringen, ich wette! Dass sogar hier in der Nähe Attentäter lauern! Immerhin steht das Phantom im Fokus dieses Falles! Ohne die Decke des Gerichtssaals sind sie einem Scharfschützen schutzlos ausgeliefert! Vor zwei Sekunden hat Fulbright Athena noch behandelt wie eine Kriminelle! Und ja wirklich, dass er mit ein paar Lügengeschichten den Kopf aus der Schlinge ziehen kann! Auf den ersten Blick wirkt alles aber schlüssig! Wenn wir keine Logikfehler finden, sieht es nicht gut für uns aus, Herr Wright! Er hat recht! Fulbright darf sich nicht auf den letzten Meter noch herausreden! So, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen! Hoffentlich ist klar geworden, dass ich gar nicht das Phantom sein kann! Sie sind ein intelligenter Mann, Staatsanwalt Blackwill! Sie glauben mir doch, oder? Ja, ich glaube Ihnen! Ich halte Sie nicht für das Phantom! Was?! Wie können Sie das sagen, Staatsanwalt Blackwill? Es ist ganz offensichtlich das Phantom! Beweise sind das A und O, Wright Donor! Und Sie müssen zugeben, dass es keine eindeutigen Beweise dafür gibt, dass Snowbright das Phantom ist! Pfff! Pff! Pfff! Pfff! Hm! In der Tat! Bisher haben wir lediglich einen hand festen Beweis dafür! Dass Inspector Fulbright Indizien manipuliert hat! Ah, aber! Ich kenne Nulbright jetzt schon ein ganzes Jahr! Und die ganze Zeit war er sehr darauf bedacht, mich zu rehabilitieren. Ich glaube nicht, dass er sich verstellt hat. Sie stört auf mein Blackwell! Dieser Narr dachte wirklich, er könne einen Tod geweihten wie mich bekehren. Er hat sich dabei so sehr ins Zeug gelegt, dass er mir fast den letzten Nerv geraubt hätte. Oh, stört auf mein Blackwell! Sie glauben mir? Ich will doch schwer hoffen, dass Blackwell ihm nicht wirklich aus der Hand frisst. Allerdings waren sie der Komplize des Phantoms. Wenn auch gegen ihren Willen. Dafür werden sie bezahlen müssen. Kommen Sie zurück zu mir und wagen Sie es ja nicht, mich erneut zu hintergehen. Ist das klar? Ja, danke. Oh, vielen Dank! Oh, das ist dieses tiefe Vertrauen zwischen den beiden. Einfach nur schön. Wie dem auch sei, jetzt hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Ich kann Frau Sykes guten Gewissens freisprechen. Ha, 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 sehr gut! Ich bin ja so froh! Es ist vorbei! Alles hat sich geklärt! Und Frau Sykes kommt auch wieder frei! Herr Wright, wir dürfen den Prozess hier nicht enden lassen. Sonst kommt das Phantom! Der Mann, der Clay getötet hat, ungeschoren davon! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß, aber... Was soll ich nur tun? Ich kann nicht beweisen, dass Inspector Fulbright das Phantom ist. War er das? Lied er sich einfach so aus der Affäre? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden! Meine nächste Ermittlung wartet schon! Ich bin da mal weg! Die Verteidigung? Nein, Augenblick! Nicht die Verteidigung! Ihr Angeklagte denkt nicht, dass ein Urteil schon möglich ist und möchte den Prozess fortführen. W-was? Was? Aber ich wollte Sie doch gerade vorsprechen! Hm... Es ist einfach komisch, hier zu stehen... Herr Polo, rutsch mal rüber! Athena, was genau tust du da? Zählt das als Missachtung des Gerichts? Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen, Inspector Fulbright. Sind Sie erleichtert, nicht länger als das Phantom verdächtig zu werden? Sind Sie Staatsanwalt Blackwell dankbar für seinen Einsatz? Natürlich bin ich das! Aus tiefstem Herzen! Athena, was sollen diese Fragen? Ich habe aus Inspector Fulbrights Worten noch keine einzige Emotion rausgehört, Chef. Er wird zwar nicht länger beschuldigt, aber das macht ihn kein bisschen glücklich. Was bedeutet das? Wir haben zwar keine Beweise, aber das Herz liebt nicht. Das ist es! Dank deiner Fähigkeit können wir ihm vielleicht das Handwerk legen. Euer Herrn! Unsere Anschuldigungen müssen den Inspektor zutiefst traumatisiert haben! Hm... Na ja, auf mich hat er ja schon immer einen recht eigenwilligen Eindruck gemacht. Er weiß, was aus ihm wird, wenn er nicht sofort eine Therapie bekommt! Ha 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 ha! Staatsanwalt Blackwell, hören Sie sich der Unsinn an, der die Verteidigung wieder anfängt! Hm... Nullbright, einer Geschenkentherapie schaut man nicht ins Maul. Nichts ihr auch noch? Seit sie beschuldigt wurden, das Phantom zu sein, geben sie schwachsinnige Kommentare von sich. Sie halten sich für einen verdeckten Ermittler und behaupten, ihre Familie wäre entführt worden? Ich befürchte, sie haben den Verstand verloren. Aber ich dachte, sie glauben mir! Hahaha, sehr amüsant. Was ist hier los? Es war eine psychologische Manipulation, wie aus dem Lehrbuch, Simon. Simon? Ich wusste, du würdest mitdenken, Athena. Habe ich etwas nicht mitgekriegt? Hehehe, da haben sie nicht schnell genug geschaltet, oder, Herr Wright? Simon hat nur so getan, als würde er Inspektor Fulbright glauben. Er wusste, dass mir eine Reaktion ohne Gefühle wie Freude oder Erleichterung sofort auffallen würde. Also hat er dafür gesorgt, dass ich eine Gelegenheit bekomme, eine Gelegenheit, die Stimme von Inspektor Fulbrights Herzen zu hören. Was? Ihr beide habt gerade zusammengearbeitet? Na los, Athena. Zeig uns, was Norbright in seinem Herzen versteckt hält. Bin schon dran. Schauen wir uns die Aufzeichnung doch einmal an. Widget, Monami, legen wir los. Danke, dass Sie an mich geglaubt haben, Staatsanwalt Blackwell. Ich bin ein Geheimagent, aber das Phantom hat mich bedroht. Vor sieben Jahren hat er das Mondgestein gestohlen und Dr. Seitz getötet. Ich bin ein furchtbarer Mensch, weil ich diesem Mann geholfen habe. Aber er hat meine Familie als Geisel genommen. Was hätte ich tun sollen? Trotz seinen übertriebenen Gesichtsausdrücken und Gesten sind keine Emotionen zu sehen. Genau wie ich es mir gedacht hatte. Das passt perfekt zum psychologischen Profil des Phantoms. Inspektor Fulbright, Ihre Emotionslosigkeit beweist, dass Sie das Phantom sind. Hey, was ist da los? Moment, aufhören! Was glauben Sie, was Sie da tun, Inspektor? Ich? Ich mach doch gar nichts. Er versucht, sich in die Stimmungsmatrix zu hängen. Ich kann sie nicht mehr bedienen. Oh! Nette Apparat, den Sie da haben. Aber bei mir wird nicht geschummelt. Ha, 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 ha! Tut mir leid. Da ist wohl der verdeckte Ermittler mit mir durchgegangen. Wohl eher der Spion. Danke, Staatsanwalt Blackwell. So, jetzt können Sie mich nicht mehr hacken. Versuchen Sie ruhig, Ihre Emotionslosigkeit vor uns zu verstecken. Ha, 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 ha! Emotionslosigkeit? Oh, wo drehen Sie da? Natürlich habe ich Gefühle. Oh, mit dieser Entschuldigung haben Sie mich zutiefst verletzt. Was ist denn jetzt los? Die Software registriert plötzlich überwältigende Freude. Bitte? Aber er heult doch gerade Rotz und Wasser. Ups, mein Fehler. Wie sieht es jetzt aus? Oh! Oh, jetzt ist er plötzlich wütend. Was zieht er denn da ab? Anscheinend ist unser Freund nicht völlig emotionslos. So sieht es auch in Dr. Sykes Bericht über das Phantom aus. Das Subjekt hat ein einzigartiges psychologisches Profil. Mit geringen emotionalen Schwankungen. Ach so! Oh, natürlich! Also empfindet er eben doch... Empfindet er doch Emotionen, oder? Korrekt. Was uns zu der Frage führt, warum du keinerlei Gefühle von ihm wahrnehmen kannst. Höchstwahrscheinlich kontrolliert er seine Emotionen. Sehr gut, Starzerwahl-Blackwell. Richtig. Das habe ich ihm meinem täglichen Training zu verdanken. Für uns verdeckte Ermittler ist das lebenswichtig. Wohl eher für uns Spione. Jetzt mal im Ernst. Aber ich würde zu gerne wissen, warum er plötzlich mehrere starke Gefühle zeigt. Sekunde. Ich glaube, ich weiß warum. Ich wette, dass Sie mit Ihren übertriebenen Gefühlen eine Emotion überspielen wollen, Inspektor. Ha, 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 ha. Eine Emotion überspielen? Sie machen wohl Witze. Sie werfen mir doch die ganze Zeit vor, ich sei das Phantom, weil ich keine Gefühle habe. Ich wollte nur das ganze Ausmaß meiner Gefühlswelt zeigen. Dann haben Sie doch sicher auch nichts dagegen, wenn ich Sie analysiere, oder? Nein, machen Sie ruhig. Aber ich möchte noch einmal klarstellen, dass ich nicht das Phantom bin. Und seien Sie gewarnt. Ihre Analyse wird ergebnislos bleiben. Ich werde Ihnen zeigen, wozu ein verdeckter Ermittler wirklich fähig ist. Wie soll das Phantom sein? Unmöglich. Ich bin so traurig. Sehen Sie, ich fühle auch etwas. Oh, shit. Wie können Sie es wagen, mir zu unterstellen, jemand... Wie können Sie es wagen, mir zu unterstellen, jemand wegen eines Mondgesteins getötet zu haben? Es fällt immer irgendwas aus. Natürlich bereue ich es, dem Phantom zusammengearbeitet zu haben. Aber ich bin unendlich froh, dass dieses Missverständnis nun aus dem Weg geräumt wurde. Ähm... Moment. Moment. Ich glaube, ich habe etwas gesehen. Weg, weg, weg. Aha! Aha! Der ist ja wirklich krass am Überspielen, ey. Da ist es. Ich habe sie gefunden. Die eine Emotion, die wirklich echt ist. Was? Entmitten dieses chaotischen Sturms aus Gefühlen, gab es keine konstante Emotion. Als sie vom Mondgestein erzählt haben... Haben sie Angst empfunden, die nicht wieder abgeklungen ist. Angst? So, so. Angst, die ein Mann ohne nennenswerte Gefühle verspürt. Und zwar als Reaktion auf dieses Mondgestein? Inspektor Fulbright, ich nehme an, das Mundgestein macht Ihnen Angst, weil... ...es Ihre Identität enthüllt. Aber natürlich. Das ist es. Das reicht, Nullbright. Offenbaren Sie endlich die wahre Identität des Phantoms? Aber ich kenne sie nicht. Das Phantom hat seine Identität äußerst gut geheim gehalten. Es besitzt geheime Informationen über verschiedene Organisationen und Länder. Darum gibt es zahlreiche Organisationen, die das Phantom tot sehen wollen. Wenn man mich für das Phantom halten würde, könnte man mich überall und jederzeit umbringen. Ich wette... Dass sogar hier in der Nähe Attentäter lauern. Immerhin steht das Phantom im Fokus dieses Falles. Inspektor Fulbright, ich denke, ich weiß jetzt, warum Sie Angst haben. Sie haben Angst davor, dass das Mondgestein irgendwie Ihre Identität enthüllt. Würde seine wahre Identität bekannt werden, würde man ihn sofort tönen. Das ist mit Sicherheit genug Druck, um selbst das Phantom das Fürchten zu lernen. Ich? Angst? Ich weiß nicht, wovon Sie da sprechen. Also kann das Mondgestein wirklich irgendwie seine Identität enthüllen? Anscheinend. Ein Augenblick. Vielleicht hat das Phantom das Mondgestein ja gar nicht gestohlen. Sondern musste es mitnehmen. Weil sonst seine Identität bekannt worden wäre. Moment mal! Wo wollen Sie denn auf einmal hin? Ich? Nirgendwo hin. Er hat doch gerade versucht, sich mit seiner komischen Uhr aus dem Staub zu machen, oder? Wie viel Hightech-Spielzeug hat er denn noch? Und wo bekomme ich so etwas her? Inspektor Fulbright, beantworten Sie dem Gericht sofort folgende Frage. Warum macht Ihnen das Mondgestein solcher Angst? Gerechtigkeit ist meine Devise! Nicht Gefühle, Herr Rechtsanwalt! Beweise sind das A und O. Ich bin das Phantom, weil ich Angst habe. Selten so gelacht. Was sollte denn das gerade? Aber alle Menschen haben Herzen und Emotionen. Manchmal hilft die psychologische Perspektive dabei, die Wahrheit herauszufinden. Oh! Das ist alles Zeitverschwendung. Alle Ihre analytischen Anstrengungen sind vergebens. Im dunklen Zeitalter der Justiz nimmt Ihnen niemand ab, dass Psychologie die Wahrheit aufdeckt. Denken Sie wirklich, dass in der Ära der manipulierten Indizien Emotionen als Beweise durchgehen? Und wo genau ist überhaupt dieser Beweis, dass das Mondgestein mir Angst macht? Oh! Naja, zugegeben, ich habe kein konventionelles Beweismaterial. Aber es hat trotzdem seine Vorteile, das Herz eines Menschen zu untersuchen. Ach wirklich? Warum spitzen Sie dann nicht Ihre hochempfindlichen Ohren? Hören Sie genau hin, was das Herz der Zuschauer zu sagen hat. Ich höre nur Misstrauen. Die Leute sind also auf meiner Seite. Denn sie sehen nur ein skurriles, kleines Mädchen mit einem bizarren Apparat. Aber ich bringe mit meiner analytischen Psychologie doch keine falschen Anschuldigungen hervor! Oh je, Athena zweifelt an sich. Frau Sykes analytische Psychologie hat für frischen Wind im Gerichtssaal gesorgt. Sie hat die Herzen vieler Zeugen befreit und so manche Wahrheit aufgedeckt. Ha 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 ha! Was für ein Schwachsinn! Euer Ehren, die Verteidigung liegt falsch! Das Mondgestein macht mir keine Angst! Hm, verstehe. Nun denn, lassen Sie mich die Sichtweite des Gerichts klarstellen. In einer Verhandlung wiegen menschliche Emotionen nicht so viel wie handfeste Beweise. Ah, aber euer Ehren! He 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 he! Oh ho 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 ho! Oh ha 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 ha! Ah, sehen Sie! Niemand glaubt Ihnen und Ihren absurden Anschuldigungen! Entschuldigung! Allerdings vertrete ich die Ansicht, dass Frau Sykes Analysen bei der Wahrheitsfindung helfen. Ich habe das bereits bei mehreren Gelegenheiten aus erster Hand miterlebt. Sie machen Witze. Bedeutet das, Sie berücksichtigen meine Ergebnisse bei dieser Verhandlung, euer Ehren? Oh, ich glaube, was Sie sagen, Frau Sykes. Ich denke, es schadet nicht zu untersuchen, warum der Zeuge vor dem Mondgestein Angst hat. Das ist die Meinung des Gerichts. Das verbuche ich als persönlichen Sieg. Nein, als Sieg für die gesamte analytische Psychologie. Gut, Herr Phantom, dann erklären Sie dem Gericht jetzt, warum Sie Angst haben. Analytische Psychologie? Meine Ängste? Von mir aus! Ich werde Ihnen klar machen, warum der hat abstrakte Konzepte nicht als Beweis gelten können. He 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 he! Oh ho 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 ho! Ah ha 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 ha! Zeugenaussage. Meine Angst vor dem Mondgestein. Ich habe vor dem Mondgestein Angst, weil es mich an das Phantom erinnert. Ja, ich fürchte mich vor ihm, weil es meine Familie entführt hat. Warum sollte das Phantom vor dem Mondgestein Angst haben? Lächerlich! Da mir das Mondgestein Angst macht, bin ich auch nicht das Phantom. Ich stehe natürlich auf der Seite der Gerechtigkeit! Das ist alles. Verstehen Sie jetzt, warum mir das Mondgestein Angst macht? In der Tat. Eine glaubwürdige Erklärung. So eine hat aber jeder Gossenbetrüger auf Lager. Ohne Beweise ist das alles bedeutungslos. Verstehen Sie jetzt, warum? Das Phantom ist wie Nebel. Kein Körper, keine Knochen. Mein Katana kann den Todesstoß nicht allein setzen. Right, Donner? Schenken wir diesen elenden Geist gemeinsam ins Jenseits. Mit logischen Schlussfolgerungen und Beweismaterial. Sie und ich, Staatsanwalt Blackwell. Wir müssen das Phantom zur Strecke bringen und das Vertrauen in die Justiz wiederherstellen. So ist es. Ich ließ das Phantom entkommen, weil ich jetzt Dina schützen wollte. Ich hab mich wegen Mordes verurteilen lassen und so das Misstrauen der Menschen geschürt. Auch ich trage einen Teil der Verantwortung. Da ich verdächtigt wurde, Beweise manipuliert zu haben und deshalb meine Marke verlor. Wir beide und das Phantom waren der Ursprung des dunklen Zeitalters der Justiz. Dann fällt es auch uns zu, den finsteren Schemen zu fällen, den wir erschaffen haben. Nicht wahr? Bis allein die Rechtschaffenheit der Justiz und das Vertrauen der Menschheit bleiben. Vertrauen? Verständnis? Fragile Ideale der Massen, die von Gefühlen regiert werden. Menschen können einander nicht vertrauen. Deshalb klingt die Illusion von Vertrauen so verlockend. Wenn zwei Menschen ihre Bedenken hinter sich lassen, entsteht wahres Vertrauen. Glauben sie, was sie wollen. Aber ein solches Vertrauen ist stärker als sie und ihre Lügen. Kreuzverhör. Meine Angst vor dem Mondgestein. Ich hab vor dem Mondgestein Angst, weil es mich an das Phantom erinnert. Moment mal! Es erinnert sie an das Phantom? Ich bitte sie! Sie sind das Phantom! Vor Gericht sind Beweise das A und O. Wann merken sie das endlich? Ich wurde wegen meinen Gefühlen zu einer Aussage gedrängt. Aber mit diesen Pseudotaktiken ist jetzt Schluss. Sie brauchen echte Beweise. Ich geb das nicht gerne zu, aber er hat recht. Du willst echte Beweise, Bobby? Du willst echte, handfeste Beweise? Dann geb ich dir handfeste Beweise, mein Freund. Bringen wir es zu Ende. Inspektor Fulbright, ich nehme an, Sie wissen, was das hier ist. Natürlich! Das ist das Messer, mit dem das Phantom Clay Terror getötet hat. Richtig. Und mit einem ähnlichen Messer Hat Frau Sykes vor sieben Jahren dem Phantom die Hand aufgeschlitzt? Ja, das wurde bereits besprochen. Beim ersten Mal habe ich nur die Kleidung erwischt. Darum habe ich es nochmal probiert. Und dieses Mal hast du ihn aber erwischt, nicht wahr? Das habe ich. Ich erinnere mich jetzt ganz deutlich. Ich stach das Messer durch seinen Handrücken. Frau Sykes gab an, dass der Täter geblutet hat. Und ich denke, dass sein Blut auf das Mondgestein getropft ist. Jetzt befürchtet er, dass seine Identität ans Licht kommt, wenn dieses Blut analysiert wird. Das würde erklären, warum das Phantom das Mondgestein vom Tatort entfernt hat. Sie meinen, wir würden jetzt eine Analyse durchführen? Dann wüssten wir, wer das Phantom ist? Ha, 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 ha. Ich denke, das ist korrekt. Unglücklicherweise wurde das fragliche Mondgestein entwendet. Das mag sein, aber ich kann ganz genau erklären, was mit ihm geschehen ist. Das können Sie? Natürlich! Nicht. Sie erwarten doch nicht, dass wir Ihnen das glauben. Mich legen Sie jedenfalls nicht aufs Kreuz. Ich werde dir doch zum Bobbing-Opfer. Ah, das berüchtigte Schwert des verblüffenden Bluffs. Deine Klinge ist unvergleichlich. Nun denn, ziehen Sie es für mich. Ich möchte sehen, wie tief es dringt. Euer Ehren? Das ist ungeheuerlich! Oh, ich meine... Das ist ungeheuerlich! Oh! Na los, Ride Donner. Ein Aspekt des Verbrechens beschäftigt mich schon seit einer Weile. Der Täter soll das Mondgestein angeblich aus dem Labor entwendet haben. Allerdings ist im Video von ihm nichts davon zu sehen. Oh, Sie haben recht. Dafür könnte es folgende Erklärung geben. Was wäre, wenn das Phantom das Mondgestein am Tatort versteckt hatte? Sehr gute Denke, Chef. Damals waren die Sicherheitsvorkehrungen im Waldraumcenter extrem strikt. Und das, obwohl ich damals so strenge Sicherheitsvorkehrungen im Weltraumcenter vorherrschte. Sämtliche persönliche Gegenstände, die reinkamen oder rausgingen, wurden gründlichst untersucht. Man hätte an den Sicherheitskontrollen nicht einmal ein verrottetes Blatt vorbeischmuggeln können. Bedeutet das, das Mondgestein befindet sich immer noch irgendwo im Weltraumcenter? Im Namen der Gerechtigkeit! Das bezeichne ich als unmöglich! Und warum bitte? Das Weltraumcenter wurde komplett auf den Kopf gestellt. Besonders das Labor. Doch das Mondgestein wurde nie gefunden. Ah, wie konnte ich das nur vergessen? Traurig aber wahr. Wir wissen immer noch nicht wie. Doch das Phantom hat das Mondgestein im Äther verschwinden lassen. Es kann sich nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Logik und Beweismaterial sprechen dagegen. Das Phantom hatte das Mondgestein nicht bei sich, als es das Labor verlassen hat. Aber die gründliche Suche der Polizei hat nichts ergeben. Und in den letzten sieben Jahren wurde auch nie etwas gefunden. Das Phantom hat das Gestein verschwinden lassen, ohne es selbst entwendet zu haben. Aber wie? Es muss einen Weg geben. Denk nach, Fenix. Denk nach! Wie ist das Mondgestein aus dem Robotiklabor verschwunden? Also, können Sie uns jetzt zeigen, was mit dem Mondgestein geschehen ist? Oder nicht, Herr Wright? Das kann ich. Euer Ern. Was? Ups, tut mir leid. Ich meine... Was? Wenn das so ist, ich würde gerne Ihre Theorie dazu hören, Herr Wright. Wie hat das Phantom das Mondgestein vom Tartort entwendet? Ist das die Hauptkapsel? Ähm, die mit der Hart-1-Rakete in den Saal geschossen wurde? Das Phantom konnte das Gestein nicht mitnehmen, aber auch nicht im Center lassen. Es gab also nur ein einziges sicheres Versteck. Die Hauptkapsel, die sich an jedem Tag im Labor befand. Ja, und das Team musste ja dann auch auf die Raumsonde gepackt haben. Aber wenn das so ist, dann wäre das Mondgestein ja mit der Rakete ins All geflogen. Völlig absurd. Das würde ja bedeuten, das Mondgestein befand sich die letzten sieben Jahre über... Richtig. Das Phantom hat das Mondgestein auf eine kosmische Reise geschickt. Es befand sich die ganze Zeit draußen im Weltall. An Bord der Hauptraumsonde! Wo, wo, wo? Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Jetzt begreife ich langsam. Das Phantom wollte die Hart-1-Rakete in den Saal. Das hat von Anfang an sabotieren. Elender Halunke! So hätte er es mühelos zweifeligend mit einer Klappe erledigen können! Ganz genau! Das Mondgestein sollte draußen im All zu kosmischen Staub zermahlen werden. Womit auch das einzige Beweisstück zerstört worden wäre, das seine Identität preisgegeben könnte. Hätte. Doch Herr Starbuck und die anderen machten dem Phantom einen Strich durch die Rechnung. Hm. Die Hauptraumsonde begann ihre Mission wie geplant und kehrte sieben Jahre später zurück. Mit der Kapsel im Gepäck! Gah! Wenn wir das Blut auf dem Mondgestein analysieren, sollte eines klar werden. Nämlich, dass sie das Phantom sind. Inspector Fulbright! Also hat er Clay nur umgebracht, um das Mondgestein zurückzubekommen. Das ist meine Vermutung. Selbst wenn seine ursprünglichen Befehle nur lauteten, die H2 zu sabotieren, musste er auch das Beweismaterial für sein Verbrechen von vor sieben Jahren sicherstellen. Deswegen ist er in Aufenthaltsbereich und hat Clay angegriffen, nachdem dieser mit der Kapsel aus der Rakete geflohen war. Letzten Endes musste das Phantom aber selbst fliehen und konnte die Kapsel nicht mitnehmen. Clay hat bestimmt alles in seiner Macht Stehende getan, um Fulbright aufzuhalten. Wahrscheinlich hat er die Kapsel bis zu seinem letzten Atemzug verteidigt. Gah! Hehehehe! Ohohoho! Ohohoho! Ah, das ist wirklich so komisch! Sie haben alle einen tollen Sinn für Humor! Jetzt dreht er komplett am Rad! Das Spiel ist aus, Inspector Fulbright! Geben Sie doch endlich einfach alles zu! Ich muss gar nicht zugeben! Ich bin Bobby Fulbright, der verdeckte Ermittler! Ich bin nicht das Phantom! Das Blut auf dem Gestein ist nur eine seiner Fallen! Hm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn das Phantom wirklich ein erfahrener Spion ist, wäre eine Falle im Bereich des Möglichen. Aber dann könnte ja alles damit erklären... Äh, damit könnte man ja alles erklären, dass das Phantom eine Falle gestellt hat. Hehehehe! Ohohohoho! So läuft das nun mal mit Fallen! Das Phantom will mir das alles nur in die Schuhe schieben! Euer Ehren, wir müssen weitere Ermittlungen anstellen! Weitere Ermittlungen? Die hängen doch einen Fluchtplan aus! Aber das lasse ich nicht zu! Ich sorge selbst für Gerechtigkeit, wenn es sein muss! Hier und jetzt! Dann muss ich Ihnen wohl zeigen, wozu ich wirklich fähig bin! Stirb, Simon Blackwell! Hey, Sie wollen doch nicht wirklich... Da komme ich ja gerade rechtzeitig! Edgeworth! Gute Neuigkeiten, Herr Wright! Ich habe einige essentielle Fakten aufgedeckt! Haben Sie etwas über die wahre Identität des Phantoms herausgefunden? Hm! Das könnte man so sagen! Ich habe mir angesehen, wer vor sieben Jahren als erstes am Tatort war! Alle drei! Ein Mitarbeiter und zwei Polizisten waren im Erkennungssystem der Roboter registriert! Aber keiner von ihnen sah auch nur annähernd so aus wie Inspector Fulbright! Das ist nicht gut! Aber das ist noch nicht alles! Ich habe noch etwas anderes Wichtiges entdeckt! Herr Wright! Staatsanwalt Blackwell! Halten Sie sich fest! Oh oh! Der Mann, den Sie hier vor sich sehen! Bobby Fulbright! Ist schon lange tot! Was? Was soll das denn heißen? Vor einem Jahr wurde eine unbekannte Leiche gefunden! Und wurde jetzt anhand der Fingerabdrücke als Bobby Fulbright identifiziert! Das bedeutet also... Ja! Dieser Mann hier ist ein Betrüger, der sich als Bobby Fulbright ausgibt! Ein Betrüger? Aber wer um alles in der Welt ist, ist dann dieser Mann! Schluss mit den Spiegel-Spiegeltricks! Wenn Sie sich uns nicht offenbaren wollen, übernehme ich das für Sie! Was zum... Nein! So ein Gesicht! Autsch! Jetzt haben Sie meine Maske kaputt gemacht! Maske? Was hat das zu bedeuten? Na schön, Sie haben mich überführt! Jetzt muss ich wohl verraten, wer ich wirklich bin! Was? Aber das ist... Hallo Apollo! Yep! Ich bin's! Solomon Starbuck! Ja, Starbuck! Aber das kann doch nicht sein! Sie sind doch nicht wirklich das Phantom, oder? Natürlich nicht! Der echte Starbuck war doch an Bord, der hat eins, die zerstört werden sollte! Oh... Ist das denn da auch nur eine Maske? Ich hab es Ihnen doch nur gesagt! Ich bin verdeckter Ermittler! Ich habe viele Identitäten! Ich kann sein, wer ich will! Nicht so schnell! Wir haben hier das psychologische Profil des Phantoms! Wenn wir ein Profil von Ihnen erstellen und die Ergebnisse abgleichen, beweist es, dass Sie das Phantom sind! Sei zu lernen, was der Zweck heilig die Mittel wirklich bedeutet! Diese Stimme! Diese Worte! Derartige Methoden kann ich hier nicht akzeptieren, Frau Sykes! Professor Mittel! Das ist Maske! Ich nehme mir, was ich will! Mit allen Mitteln! Und jetzt her mit dem Beweismaterial! Was? Zeit, den Müll zu entsorgen! Und zwar permanent! Das können Sie nicht machen! Verstehen Sie es jetzt? Der Zweck heiligt die Mittel ist der ultimative Glaubenssatz! Erbärmlich! Sie müssen das Gesicht eines anderen tragen, um Gehör zu finden! Ah, aber so ist das nun mal im Leben eines verdeckten Ermittlers! Mein wahres Gesicht hat weder Wert noch Bedeutung für mich! Oder vielleicht verhält es sich vielmehr so, dass Sie gar nicht mehr wissen, wer Sie überhaupt sind! Hm? Was sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen, Herr Phantom? Bestimmt nicht viel! Simon Blackwood! Der Meisterpsychologe! Was? Aber stimmt! Ich habe keine Ahnung, wer ich bin! Auf meinen Missionen bin ich immer jemand anderes! Ich kann mich nicht erinnern, wie mein Gesicht aussieht! Oder wie ich früher war! Gesicht? Erinnerung? Persönlichkeit? Ansichten? Emotionen und Seele? Ich ließ alles zurück! Ich habe kein Ich mehr! Ich bin niemand! Nur noch ein endloser Abgrund! Was stimmt mit dem Kerl nicht? Ist er überhaupt noch ein Mensch? Und jetzt zurück zu Ihrer Lektion, Professor Wright! Oh, ähm, was? Ich möchte Sie an folgende Theorie erinnern, die Sie vor kurzem angestellt haben! Wenn Sie das Blut auf dem Mondgestein analysieren, können Sie beweisen, dass ich das Phantom bin! Ich denke, dass auf dem Mondgestein in der Kapsel Blut war! Und jetzt, da wir wissen, dass Sie gar nicht Bobby Fulbright sind! Können Sie auch nicht mehr behaupten, das Phantom hätte Ihnen eine Falle gestellt! Warum sehen wir uns das Mondgestein da nicht an? Dieses entscheidende Beweisstück aus der Hauptkapsel? Das ist eine sehr gute Idee! Machen Sie sich bereit, die Hauptkapsel, wird Ihr Schicksal besie... Nein! Es war das Bombenattentat von neulich! Die Kapsel befand sich als Beweis im Gerechtssaal und explodierte in tausend Einzelteile! Jetzt ist der Groschen also gefallen! Ein paar Mitleidspunkte für die Verteidigung! Zu dumm, dass dieses Bombenattentat im Gerichtssaal ihre letzte Hoffnung zunichte gemacht hat! Ah! Ah! Deshalb wurde der Gerichtssaal also in die Luft gejagt! Das Phantom wollte unbedingt das letzte Beweisstück zerstören! Ich kann's nicht fassen! Denken wir nach alledem jetzt wirklich in einer Sackgasse? Ist das letzte Beweisstück, das diesen Kerl überführen könnte, wirklich zerstört worden? Hören Sie endlich auf, mich als das Phantom zu bezeichnen! Zum letzten Mal! Ich bin nur ein namenloser, verdeckter Ermittler! Die Verteidigung wird sie auch weiterhin als Phantom bezeichnen! Außerdem haben wir einen Beweis! Oder zumindest hatten wir mal einen! So funktioniert das leider nicht, Herr Wright! Wird das heute noch was, Wright don't know? Ich geb ja schon mein Bestes! Diese Bombendrohung lässt sich nur durch das Mondgestein unschädlich machen. Äh, diese Bedrohung. Aber das ist beim Bombenattentat in 1000 Splitter zersprungen. Aber ist es wirklich komplett hinüber? Was wäre, wenn ein einziges winziges Fragment irgendwo übrig wäre? Ja, und hier sieht man auch das gestohlene Mondgestein. Das komisch-schwarz-gelbe Ding auf der linken Seite des Fotos. Also gut, Herr Wright. Wo ist Ihr Beweis? Welches Beweisstück kann die Identität des Phatoms belegen? Ähm... Ähm... War nicht hier irgendwie was drin? Oder vielleicht? Vielleicht ist da was drin? Nee. Zwei Seiten. Moment. Oh, shit. Nicht Autoplay? Hey, Bobby! Ist das nicht die Bombe, die den Gerichtssaal gesprengt hat und das Mondgestein gleich mit? Wollen Sie Beweis machen, dass wir damit die Identität des Phatoms enthüllen? Ja, euer Herrn? Sehen Sie sich dieses Foto an, das nach dem Attentat gemacht wurde. Besonders diese Stelle. Sehen Sie sich diesen Zeitungsartikel an. Den über die Hot 1. Und jetzt richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das seltsame schwarz-gelbe Gestein hier links. Das ist das Mondgestein. Und wenn wir einen Blick auf dieses Foto der Bombenfragmente werfen, sehen wir ein steinähnliches Objekt mit derselben Färbung. Meine Güte, Sie haben recht. Wenn wir uns alle Fragmente ansehen, die die Polizei gefunden hat, finden wir auch eines mit Blut. Und ein anschließender DNS-Test wird beweisen, dass der Zeuge wirklich das Phantom ist. Unglaublich! Aber das ist unmöglich. Das habe ich nicht kommen sehen. Was für ein sehr erbrochen. Wir müssen die Fragmente unverzüglich analysieren. Oh, und Sie machen auch ein DNS-Test null, Bright. Gerichtsdiener! Kontaktieren Sie das Polizeipräsidium und ordnen Sie die Tests an. Auf einem Gesteinfragment wurden Blutspuren gefunden, die mehrere Jahre alt sind. Die DNS-Tests haben ergeben... Naja, Sie können sich wohl alle denken, was sie ergeben haben. Es handelt sich um das Blut des Zeugen, oder? Jetzt ist Schluss mit den Ausreden und Entschuldigungen. Geben Sie es zu. Sie sind das Phantom. Was? Herr Wright, haben Sie gerade gegen sich selbst Einspruch eingelegt? Nein, ich habe nichts gesagt. Ich habe Einspruch eingelegt, Apollo. Oh, bitte? Warum? Das war ein ziemlich guter Einspruch, oder? Jetzt ist er ich. Also, ähm, wollten Sie nun Einspruch einlegen, oder nicht, Herr Wright? Wie? Oh, ähm, nein. Nicht wirklich, euer Ehren. Nein, nicht Sie, Herr Wright. Ich meinte Herrn Wright, den Zeugen. Wie absurd kann diese Verhandlung noch werden? Herr Wright? Dieses Gesteinsfragment auf dem Foto und die Überbleibste der Explosion. Was macht Sie so sicher, dass Sie alle zu dem Mondgestein aus dem Robotiklabor gehören? Was meinen Sie damit schon wieder? Es ist gut möglich, dass sich mein Blut auf ein oder zwei Steinbrocken aus dem Gericht befindet. Aber woher wollen Sie wissen, dass das nicht einfach gewöhnliche Steine sind, sondern Mondgestein? Netter Versuch. Sie müssen die Fragmonte doch nur mit dem Gestein aus dem Zeitungsartikel vergleichen. Es ist deutlich zu sehen, dass sie identisch sind. Die Färbung ist genau gleich. Aber vielleicht war zufällig ein anderer Stein mit derselben Färbung im Gerichtssaal. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein Stein mit so einmaligem Aussehen zufällig im Gericht war. Die Möglichkeit besteht trotz allem. Aber wir haben hier Blut auf einem der Fragmente gefunden. Apollo, was soll daran verdächtigt sein, dass mein Blut auf einem Stein zu finden ist? So ziemlich alles? Ich weiß, das klingt nach einer Ausrede, aber... Vor einigen Jahren bin ich in diesem Gerichtssaal gestürzt und habe mich schwer verletzt. Vielleicht ist mein Blut so auf den Stein gelandet? Jetzt bewegen wir uns wirklich an der Grenze der Glaubwürdigkeit. Allerdings müssen wir die Möglichkeit trotzdem berücksichtigen. Sehe ich da Schweißtropfen auf Ihrer Stirn, Herr Wright? Ein Anwalt stellt sich den schwierigsten Zeiten doch mit seinem zuversichtlichsten Lächeln. Sie sind wirklich das Allerletzte, der diesen Satz in den Mund nehmen sollte. Warum lassen wir diese Fragmente dann nicht einfach analysieren? Wir können einen Experten rufen. Wir können einen Experten prüfen lassen, ob sie von dem Mondgestein aus dem Robotiklabor stammen. Tut mir leid, aber das ist unglücklicherweise nicht möglich. Wieso denn das? Um zu beweisen, dass die Fragmente wirklich sind, was sie behaupten. Wäre eine sieben Jahre alte Probe des Mondgesteins für einen Vergleich nötig. Aber dieses Mondgestein existiert ja nicht länger und es gibt auch keine Proben mehr davon. Wenn wir also nicht in der Zeit zurückreisen, können wir unmöglich beweisen, dass diese Fragmente vom Mondgestein von damals stammen. Oh, nein! Und es gibt wirklich keine Möglichkeit? Endlich bereit, das Handtuch zu werfen? Das Mondgestein existiert also nicht mehr? Korrekt. So ein wertvolles Mineral. Richtig schade eigentlich. Aber es ist Geschichte. Da liegt er falsch. Nicht das komplette Mondgestein ist Geschichte. Einen Teil davon gibt es noch. Und er ist sogar hier im Gerichtssaal. Ein funkelndes Fragment Hoffnung, dass das Blatt noch wenden kann. Der finale Beweis, der dem Phantom endlich das Handwerk legt. Die Verteidigung verfügt über ein Beweisstück, das ihrer Aussage völlig widerlegt. Oh, wirklich? Ein letztes Fragment Hoffnung, das liebevoll weitergegeben wurde. So, was haben wir? Ja, auch wenn die Person, der es gehört, es noch nicht begriffen hat. Entspricht das der Wahrheit, Herr Reut? Beachten Sie ihn nicht, euer Ehren. Er blufft nur wie gewöhnlich. Mal sehen, ob Sie noch zuversichtlich lächeln können, wenn wir die Karten auf den Tisch legen. Da bin ich aber gespannt. Dieses Beweisstück zeigt, dass das ursprüngliche Mondgestein noch nicht ganz verloren ist. Herr Dinas Mondgestein-Ohrring. Die einzigen Sachen, die mir meine Mutter hinterlassen hat, sind Widget. Und dieser Ohrring. Vielleicht hat sie mich geliebt. Auf ihre eigene Art und Weise. Athena, auch wenn du dir das wahrscheinlich nicht bewusst ist, hat dir deine Mutter ein sehr wichtiges Beweisstück hinterlassen. Wie bitte? Sie bluffen doch. Dieses Beweisstück existiert nicht. Doch, es existiert. Und es wird sie endgültig zu Fall bringen. Wir haben nämlich unser eigenes Mondgestein. Gestein. Genau. Oh. Sie sind mein. Richtig. Ein Geschenk, das Dr. Sykes ihrer Tochter hinterlassen hat. Und Athena hat es all die Jahre gehütet und getragen. Auch wenn Dr. Sykes oft unnahmbar war, wird dieses Fragment ihrer Liebe Licht in die Finsternis der Vergangenheit bringen. Und uns allen Hoffnung schenken. Das ist die Mondgesteinprobe der Verteidigung. Das soll ihre Probe sein. Der Ohrring, den Frau Sykes trägt, besteht aus dem ursprünglichen Mondgestein. Was? Die ganze Zeit. Es war die ganze Zeit hier? Ja. Nein. Das kann nicht sein. Wenn die Beschaffenheit der Explosionsfragmente mit dem der Ohrringe übereinstimmen, belegt das ohne jeden Zweifel den Ursprung des Fragments auf dem Foto. Und da das Blut auf den Fragmenten laut Testergebnis ihnen gehört, wird die Identität, die sie um jeden Preis geheim halten wollten, nun endlich enthüllt. Die Identität, die ich geheim halten wollte? Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe zwar nicht Athenas Gehör, aber jetzt kann sogar ich die Angst in ihrer Stimme hören. Angst? Ich kann keine Angst empfinden. Meine Gefühle habe ich vor Jahren abgelegt. Alle Menschen empfinden Angst. Sie weigern sich nur, sich ihren Emotionen zu stellen. Sie haben nämlich nichts. Keine Liebe. Kein Vertrauen. Ach, und sie etwa schon? Zuerst hatte ich auch niemanden. Ich konnte mich meiner Angst nicht stellen. Das Trauma meiner Vergangenheit nicht überwinden. Wie gesagt, ich empfinde keine Angst. Dann sind sie nichts weiter als ein Feigling, der vor sich selbst davonläuft. Als ich an Frau Sykes gezweifelt habe, dachte ich, ich würde unter der Last zusammenbrechen. Aber ich wollte ihr vertrauen. Und ich wusste, dass Herr Wright die Wahrheit aufdecken würde. Deshalb konnte ich mich meinem Verdacht stellen, ohne zu zögern. Vor mir selbst davonlaufen. Wie soll das denn gehen? Ich bin leer. Völlig leer. Jemand, der nicht bereit ist, anderen zu vertrauen, kann das nur schwer nachvollziehen. Aber Menschen haben Gefühle. Das ist eine Tatsache. Und deshalb zeigen sie manchmal auch Schwäche. Aber genau aus diesem Grund müssen sie sich auch gegenseitig vertrauen. Damit sie sich auch in den düstersten Zeiten mit sich selbst konfrontieren können. Wie kann man je hoffen, sich den eigenen Ängsten zu stellen, wenn man anderen nicht vertraut? Die Angst in meinem Inneren? Ist das... Nein. Ah! Ich habe Angst! Ich fürchte mich, ja! Ich empfinde Angst! Sie können nicht vor sich selbst fliehen! Nehmen Sie diese Maske ab und lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf! Stellen Sie sich Ihrer Schuld! Mit Ihrem eigenen, wahren Gesicht! Meinem eigenen, wahren Gesicht! Nein, bitte nicht! Ich weiß, dass Sie hier sind! Wo sind Sie? Sehen Sie? Ich habe nichts verraten! Ehrlich! Mein wahres Gesicht! Mein wahres Gesicht! Ich habe keins! Mein Gesicht! Mein Gesicht! Mein Gesicht! Mein Gesicht! Ist das mein Gesicht? Oder das? Oder das hier vielleicht? Nein! Das ist es auch nicht! Nein! Das bin ich auch nicht! Bin das ich? Welches Gesicht gehört zu mir? Was bin ich? Wer bin ich? Oh! Ah! 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 Aaaaaaah! Ein Scharfschützenangriff in diesem Saal. Da starrt mir das Mark in den Knochen. Die Polizei ist dem Schützen jedoch schon auf der Spur. Staatsanwalt Blackwell, wie geht es Inspektor Fulbright? Oder besser gesagt, dem Betrüger. Der Mann hat mehr Glück als Verstand. Die Kugel hat keine lebenswichtigen Organe erwischt. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Wir alle hatten Glück. Das Analyseergebnis des letzten Beweisstücks von Rydono ist gerade gekommen. Die Beschaffenheit von Frau Sykes Ohrring stimmt mit der des blutigen Fragments überein. Wir können nun mit Bestimmtheit sagen, dass es sich um ein Fragment des Mondgesteins handelt. Aufgrund der Morde und Bombenanschläge auf das Weltraumcenter. Damals wie heute. Und das Bombenattentat im Gericht. So wie all der anderen Verbrechen zahllos wie die Sterne. Wurde der Spion, der als das Phantom bekannt ist, hinter Gittern gebracht. Sein Wohlergehen liegt jetzt in den Händen der Staatsanwaltschaft. Es sind auch noch viel zu viele Fragen offen, als gut für uns ist. Vielen Dank Staatsanwalt Blackwell. Dann kann diese Verhandlung nun endlich zu einem Ende kommen. Doch zuallererst könnte die Angeklagte bitte wieder ihren ursprünglichen Platz einnehmen. Ja, euer Ehren. Nun denn. Das Gericht befindet die Angeklagte Athena Sykes für... Nicht schuldig. Wir haben's geschafft! Die Sitzung ist geschlossen. 20. Dezember. 21.12 Uhr. Bezirksgericht. Angeklagtenzimmer. Nummer 5. Herzlichen Glückwünsche, Herr Nick. Danke, Pearls. Und danke, dass du dich um Athena gekümmert hast. Kein Ding. Athena war ein Superstar. Sie hat sich die ganze Verhandlung lang nicht unterkriegen lassen. Paps? Ich freue mich so, dich zu sehen. Trucy, ist alles in Ordnung? Bist du verletzt? Mir geht's gut, Paps. Ich hab den anderen Geisel in Zaubertricks vorgeführt, um die Moral zu stärken. Typisch, Trucy. Schön, dass dir nichts passiert ist. Right? Ich befürchte, ich stehe schon wieder in deiner Schuld. Edgeworth. Und euch alle hätten wir ihn nicht dingfest machen können. Ach komm schon, Edgeworth. Wovon redest du denn da? Du warst dem Phantom doch schon die ganze Zeit auf der Spur. Und außerdem hast du Blackwell erlaubt, als Staatsanwalt aufzutreten. Ja, naja. Wir wussten, dass das Phantom in der Nähe war. Ich habe zusammen mit der Polizei versucht, es zu finden. Aber das habe ich nicht vor dem Prozess geschafft. Ohne dich hätten wir diese Verhandlung nie im Leben gewonnen. Nur mit der Hilfe des Generalstaatsanwalts konnten wir erfolgreich zu Ende führen. Außerdem hast du doch auch dafür gesorgt, dass ich meine Anwaltsmarke wieder bekomme, oder? Schlaues Kerlchen. Es war ein Ticken zu einfach, sie wieder zu bekommen. Nach dem Skandal mit dem gefälschten Beweisen hätte das viel schwieriger sein müssen. Ich hatte einiges wieder gut zu machen. Hey Edgeworth? Denkst du, wir können das dunkle Zeitalter der Justiz endlich hinter uns lassen? Auch auf die dunkelste Nacht folgt irgendwann der Morgen. Unsere Sonne wird bald wieder aufgehen. Außerdem, jetzt da Staatsanwalt Blackwell von allen Anschuldigungen freigesprochen wurde, sollte sich ein großer Teil des Misstrauens gegen die Justiz im Wohlgefallen auflösen. Warum machst du denn so ein Gesicht, Edgeworth? Es würde dich doch nicht umbringen zu lächeln. Die Furchten auf deiner Stirn werden immer tiefer. Ich soll mehr lächeln? Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Ah, die komplizierte Hassliebe zwischen zwei lebenslangen Rivalen. Athena! Ne, Athena. Ich stehe auf ewig in deiner Schuld. Dass du alles auf dich genommen hast. Nicht zuletzt dein Staatsexamen im Ausland. Ich muss deine Verurteilung ja vor der Hinrichtung anfechten. Also habe ich Tag und Nacht gelernt. Wie eine Verrückte. Ich bin so froh, dass ich es rechtzeitig geschafft habe. Es war eine knappe Kiste. Aber ich habe sie hingekriegt. Athena, die Superheldin. Schön, dass sie endlich die Tränen fließen lassen kann. Ja. Dank dir habe ich um Haaresbreite überlebt. Was hast du dir dabei gedacht, Simon? Dein eigenes Leben einfach so wegzuwerfen. Ich hatte nie die Absicht, mein Leben wegzuwerfen. Aber einige Dinge auf dieser Welt sind mehr wert als das eigene Leben. Wovon redest du da? Von der ehrenvollen Pflicht, den wertvollsten Schatz meiner Mentorin. Mit meinem Leben zu schützen. Bitte was? Wenn das nicht der Endbegriff von Loyalität ist, kann man es durch und durch ein Samurai. Jetzt können wir alle wieder durchatmen. Apollo, Athena, ich möchte mich bei euch beiden bedanken. Das haben wir nur als Team geschafft. Nicht zu danken, Chef. Uns reicht niemand so schnell das Wasser. Das war eindeutig die unglaublichste Wendung, die ich jemals gesehen habe. Ich kann mich sehr glücklich schätzen. Meine Agentur hat die besten, fähigsten Anwälte weit und breit. Danke, Herr Wright. Ich werde Überstunden schieben, um meine Fehler wieder gut zu machen. Apollo Justice ist okay und einsatzbereit. Ein Hoch auf die Alles-Agentur Wright. Und wenn ihr jemand Überstunden schiebt, dann wohl ich. Pass bloß auf, Apollo. Danke, Herr Wright, ist Simon wieder frei. Aber da draußen brauchen noch so viele andere Leute unsere Hilfe. Du hast recht. Und ich brauche euch beiden, um ihnen zu helfen. Wir haben noch eine Menge vor. Macht euch bereit, ihr zwei. Wir haben einen großen Sieg eingefahren. Aber der Krieg ist noch lange nicht gewonnen. Es leiden immer noch Leute unter falschen Anschuldigungen und müssen verteidigt werden. Es gibt noch so einiges zu tun. Wenn wir das dunkle Zeitalter der Justiz wirklich unter uns lassen wollen. Ich weiß, was jetzt ansteht. Wir müssen feiern mit deiner dampfenden Schüssel Nudeln. Hm? Es geht nicht über eine Schüssel von Eldons Nudels nach einem Prozess. Und Herr Wright zahlt. Du leuchtest doch in der Alles-Agentur Wright, oder? Wie, was? Als Vorgesetzter ist es deine Pflicht, dich bei deinen Mitarbeitern erkenntlich zu zeigen. Dann schließe ich mich den Feierlichkeiten an. Zu einer Schüssel Nudeln sage ich nicht nein. Wie, was, wo? Ich habe eine Idee, Paps. Warum lädst du nicht einfach alle ein? Je mehr, desto besser, oder? Oh, Herr Nick. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Er hätte gedacht, dass du mal so ein großzügiger Gentleman wirst. Ähm, Leute? Unter diesen Umständen bleibt mir nur eines zu sagen. Nur wenn ich mit einstimmen darf. Hey, wie fies. Ich will auch endlich mal mitmachen. Okay. Eins, zwei, drei. Einspruch. Das war's. Holy shit. Wir haben's geschafft. Ich habe mir überlegt, was ich Polly Gutes tun kann. Jetzt, wo er wieder bei uns ist. Also habe ich ein paar Jobs für ihn aufgefunden. Eine vermisste Katze finden, Klimaanlagen aufbauen, IT-Nachhilfe. Hm? Ich hätte ein paar Anwalt-Jobs für ihn finden sollen. Ach, was? Immerhin sind wir hier in der Alles-Agentur, right? Oh Gott, ist der Tech schnell. Oh, warum ist er so schnell? Nein! Das ist gemein. Nina und Apollo haben sich vor Gericht so tapfer geschlagen. Wenn ich eines Tages Richterin werden will, muss ich auch so viel lernen wie sie. Meine Oma sagt immer scharfes Essen. Einfach die Liebe. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was genau sie damit gemeint hat. Latezeit, ich habe jetzt immer mit Chilischoten kochen. Oh Gott, meine Stimme. Gott, meine Stimme ist endgültig am Arsch. Ei, 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 ei. Oh Gott. Mein Gott, was ein cooles Spiel, oder? Ja? Hey, Payne. Es endet der dunklen Zeitalter des Justiz. Tja, wie naiv. Manchmal muss man die Verurteilung eben mit allen Mitteln anzweifeln. Was? Es wird eine Untersuchung gegen mich eingeleitet? Der Generalstaatsanwalt will mich sehen! Ah! Nein! Oh. Mein Gott, und was für ein finaler Fall das doch war, oder? Es waren jetzt fast fünf Stunden auch nur Gerichtsverhandlung. Ach du Scheiße. Oh. Ich wurde gefragt, ob ich als großer maskierter Rester Temataro antreten will. Der nächste Kampf ist gegen... Oh, Scheiße. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Warum fragst du nicht den Dämonenanwalt, ob er die Amazing Night 2 sein will? Eine schlechte Idee. Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. Also werden wir uns als Widersacher gegenüberstehen, mein kleiner Freund. Das ist hier zu schnell. Wer kann das denn bitte jemals vorlesen? Verdammt! Kaum zu glauben, was? Ich bin jetzt Gemeindeversteher von Neunschwanztal. Beeindruckend, gell? Nach Rex Cubis Tod habe ich mich aufopfert und um die Gemeinde gesorgt. Was sagen Sie? Sie wollen eine kleine Spende überlassen? Hey du, was hast du im Anwesen zu suchen? Oh, ich bin aufgeflogen! Nichts wie weg hier! Was ein Frechdachs, ne? Er ändert sich einfach niemals. Ich wollte ja eigentlich Künstlerin werden. Aber Athinas Leistung hat mich beeindruckt, dass ich jetzt wirklich Interesse an Jura habe. Also lerne ich für das Staatsexamen. Aha. Eines Tages werde ich Athena anklagen. Ich werde... Sie werden schon sehen. Warum solltest du das tun? Ich lerne auch gerade, bis mir der Kopf raucht. Ich werde den Aufnahmetest für die Themis-Akademie bestehen. Und diesmal ehrlich. Und mit Bestnote. Das versteht sich von selbst. Red Juniper! Wir geben unseren Traum nicht auf! Hör doch auf damit! Der Arme Füller kann das nicht mehr. Ich habe richtig schicke Kartons für die drei rausgesucht. Aber sie wollen sie nicht tragen. Bestimmt, weil ich Rechtsjournalistin werden will. Und nicht Anwältin. Egal, dank der Verhandlung ist die Zukunft der Schülerzeitung so strahlend wie noch nie. Mal sehen, was die Frischlinge... Oh, scheiße. Unsere Chefredakteurin hat bei der Probe für die Zeugnis... Nein! Ich komme nicht hinterher! Oh, hey, Gavin. Das einmalige Reunion-Konzert. Ich denke sehr gerne an diesen Abend zurück. Die Präsidentin der Schülerrats hatte eine unvergleichliche Stimme. Wenn sie eines Tages Richterin ist, würde ich sie gerne sehen. Es wird der rockigste Prozess ever. Ihr werdet schon sehen. Danke. Ich habe das Büro gründlicher Vordermann gebracht. Aber jetzt erscheint schon wieder Chaos. Mir hilft nur eins. Ich muss die Leute in dieser Agentur auch ordentlich auf Vordermann bringen. Wenn die mystische Maya nach ihrer Ausbildung herkommt, habe ich keine andere Wahl. Ahem. Als dass meine Stimme sich wieder erholt? Ach ja. Schön, nach so vielen Jahren mal endlich wieder Duel Destinys auch gespielt zu haben. Ha, 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 ha! Die Menschheit wird immer vom Weltraum begeistert sein. Die Planung für die H3-Rakete ist schon in Gange. Seht mich an, Bürger. Dieser wunderbare... Ich weiß nicht, was wollen Sie? Oh, Direktor. Ja, ja. Die Vorbereitungen für die Raketen sind abgeschlossen. Ja. Überlassen Sie das einfach mir. Dem stellvertretenden Direktor Juri Kosmos. Ja, ja, ja. So ein Trottel. Oh. Wisst ihr, was ich ein bisschen irgendwie schade an dem Fall finde am Ende? Ich fliege an den neuen Raketen zum Mond. Wenn der Sina oder Mama Metis auch eines Tages kommen. Hören Sie sicher? Oh. Was ist wohl interessanter? Die Montes Pyrenius oder das Mare Tranquillitis? Alle beide sind spannend. Yippie. Hurra. Ich frage mich, wie es Frau Aura geht. Ich wäre lieber bei ihr als auf dem Mond. Ach, Frau Aura. Ich bin wieder zusammen mit Ihnen. Was? Ich weiß auch nicht, was da stand. Ja, das wollte ich sagen. Dass Aura halt so gehandelt hat, wie sie hat, finde ich schon sehr tragisch. Bereits zum Start. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Abflug. Diesmal fliege ich wirklich zum Mond. Für mich und Clay. Dank meiner Anwälte weiß ich jetzt, dass man niemals aufgeben darf. Aber ich mache mir Sorgen. Im Weltraum kann man nicht atmen und es ist heiß kalt. Und oh Mann, jetzt werde ich richtig nervös. Oh. Also, dass sie sich halt so sehr notgedrungen fühlte, eine Geiselnahme zu veranlassen. Ich meine, sie hat dazu den Fall zum Laufen gebracht. Nein, nein, ich arbeite nicht hier. Ich wollte lediglich Strafverteidiger für meine Schwester werden. Aber es ist niemand hier und ich warte schon ewig. Was? Äh, suchen. Oh Gott. Ach. Ihr Vater steht vor Gericht und der Diener soll ihn verteidigen? Hm. Dann stehen er und ich vielleicht uns bald dem Gerichtsaal gegenüber. Oh, er suchte jemanden bei uns. Für Aura. Das ist ja nett, Simon. Ahem. So, habe ich jetzt mal eine Pause? Ich freue mich schon auf die Gehaltsverhandlung im nächsten Monat. Ah, bitte Gnade! Blackwells Freispruch hat viele Mischstände in der Staatsanwaltschaft ans Sicht gebracht. Der letzte Fall hat das Eis des Winters getaut und nun genießen wir einen neuen Frühling. Jetzt stehe ich schon wieder in Wright Schuld. Aber eines Tages begleiche ich sie. So viel ist sicher. Oh, ich bin sehr gespannt. Nämlich jetzt... Kenne ich auch wieder kein weiteres Ace Attorney mehr. Ich habe alle gespielt, die ich sowieso kannte schon. Oh, jetzt haben wir normale Credits. Okay. Ai, 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 ai. Mein Gott, Dual Destiny ist es, ähm... Es ist ein gemischtes Paket, oder? Ich meine, der zweite Fall ist, äh... Der zweite Fall ist ein bisschen langweilig gewesen. Ich meine, ich weiß, warum er da ist. Wegen der Maske und, und, ähm... Dem Phantom und so. Aber, aber, war Bobby nicht cool? Habt ihr ihn je verdächtigt? Ich denke, irgendwann ab einem Punkt im Gericht kommt halt irgendwann so der Geistesblitz im Moment. Bobby war ja da, ne? Und das ist halt so cool. Weil er war das ganze Spiel über da. Er war die ganze Zeit über komisch. Und wir wussten, dass er komisch ist. Auch mit seinen Emotionen und alles. Alles war seltsam an dem Mann. Und er hat so... Viel kompetenter gewirkt an manchen Situationen, als er eigentlich sonst immer war. Also er war mal kompetent und mal nicht. Und diese, diese Diskrepanz fand ich auch super interessant, ja? Und natürlich generell die gesamte Story mit Athena, mit Simon. Es, es, es war so cool. Warum, äh, Apollo auch eine Augenbinde trägt, weil er unbedingt nicht sehen wollte, dass sie irgendwie was verheimlicht. Sie hat was verheimlicht, aber, ne? Sie wusste halt nicht wieso, weshalb, warum. Und Apollo hatte deswegen Zweifel. Was übrigens eine kleine Lücke in seiner Fähigkeit ist. Was sehr interessant ist. Aber ja. Ähm... Ja. Und dann hat er alles abgelegt und das Vertrauen gegenüber gebracht. Aber ich verstehe auch, warum er gezweifelt hat allgemein, weil... In dem Spiel und auch im letzten Spiel... Erinnert ihr euch, wie oft eigentlich, äh, Fenix immer Apollo richtig eingewiesen hat in irgendwas? Irgendwie nie. Fenix erklärt Apollo immer Shit. Er erzählt ihm gar nichts. Ich weiß, hey... Er weiß bis jetzt immer noch nicht... Wie er zu Trucy und seiner Mom steht. Ja? Er kennt... Er kennt seine Schwester und seine Mutter nicht. Also er weiß von nix. Oh. Ach ja. War übrigens schön, dass Pearls da war. Schön, dass sie im DLC-Fall so viel mehr, äh, eine Rolle gespielt hat. Weil sie hier ja nur einen kleinen Cameo hatte. Ich denke, im nächsten Teil wird sie wieder mehr eine Rolle spielen. Oh, ich bin sehr gehypt auf Spirit of Justice, ja? Erst einmal wird's aber ein bisschen eine Pause geben von, äh, Spielen, die meine Stimme belasten, ja? Bis ich meine Stimme endlich mal ordentlich heilen kann, ja? Und ich das Gefühl habe, ja, 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 ich bin wieder fit. Ich bin wieder topfit mit ihr. Und ich kann dann sowas wie Danganronpa dann als nächstes in Angriff nehmen. Und ja, das nächste Spiel dieser Art, die nächste Visual Novel, die wir machen, dauert aber noch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen später, wird Danganronpa 2 sein. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Diese Verhandlungen werden nie aufhören, ha? Aber es macht mir ja auch eine Menge Spaß. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und haben wir hier noch was zum Abschluss? Ja. Die Rakete. Da fliegt sie endlich hoch. Nice. Ich bin okay. 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 Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Start. Ich werde Five Отр quote, um orchestre. Ich weiß nicht garٰ, die regnenfallsmidnesen meehen. Ich bin klar. Ich bin wahr. Beidee, die personaje, Schuh. Die Rechte mit Senhor Nora, strelectieren wir euch. Ich bin Elicke. niego Pokémon. Herr Starbuck! Sie sind okay! Sie müssen nur an sich glauben! Der Mond ist schon zum Greifen da! Danke, Leute. Ohne euch hätte ich es nicht zurück ins Weltall geschafft. Oh yeah! Juhu! Das war eine schöne Symbolik, oder? Ah! Im Laufe der Jahre habe ich schon Glück und Schmerz, Aufrichtigkeit und Arglist gesehen. Doch Herr Starbuck konnte dem Sog seiner Angst und Verzweiflung entkommen. Und auch wir können uns von Hoffnung und Freundschaft in eine bessere Zukunft leiten lassen. Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was zum Fick? Du hast einen besonderen Bonus auf dem Bildschirm Musikhintergründe freigeschaltet. DoorDestiny's Gedenk-Illustration. Mino Boshitaro. War das ein Fighting-Screen? Das war ja wild. Aber ja! Äh, möchtest du mit dem nächsten Spiel fortfahren? Spirit of Justice? Sehe ich denn einfach nur das Ding? Zeig mir mal den Screen. Da ist es. Spirit of Justice. Ups! Nein! Nein! Ich wollte doch nicht anfangen! Das kommt halt als nächstes. Ich dachte nicht, dass das Spiel direkt so reinrennt. No! Verdammt! Sekunde! Nein, 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 nein. Das fürs nächste Mal, ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Dual Destinies genossen. Und ich hoffe, ich konnte das Ganze gut rüberbringen. Bis dann zum nächsten Mal, ja? Tschüss, tschüss! Bye-bye! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.